Herzlich Willkommen bei 1000PSTV, wir sind hier wieder live in Neustadt, ich glaube das ist die richtige Kamera, Faktenfall ist da, ich habe das alles richtig hingestellt, das passt super, Servus, Zanko, du hast es auch geschafft, Servus, 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 ich glaube wir sind noch nicht drauf, der hat das Kommando noch nicht gegeben, sicher sind wir drauf, oder? Ich glaube, naja, gescheitert ist das, super, 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 schön, dass ihr dabei seid, einige haben uns ja schon begrüßt und quasi im Warteraum, in diesem super, wie heißt das, Live-Chat, in diesem Live-Chat auf uns gewartet, Thomas Christl, Alexander Rossmann, Valentino, Ossi-Ossi, Ghostfister, Ghostfister, ist nicht schlimm, oder? Ich weiß nicht, was er mit dem Faust macht, wahrscheinlich, wir hauen uns ein paar Bier rein, ja, wir müssen die Reste trinken, Restl saufen, sagt man von der Hintermatt, und das ist unser erstes Bier-Sponsoring, deswegen präsentieren wir uns ganz stolz, das haben wir gesponsert bekommen, vom Wasser-Fritze-Getränke-Service, deswegen, der weiß, wie man bei uns günstigste Produktplatzierung macht, mit Essen und Trinken kommt am billigsten in 1000PSR in Mörderisch, Nils redet drüber, ich sau's. Wasser-Fritze-Getränke-Service, es hat uns ja den bestausgestattetsten Stand auf der Intermatt besorgt, alle anderen Aussteller haben's gewusst und sind immer zu uns schnallen gekommen, weil wir so leimann ausgerüstet waren, und Max Biacci ist auch selber dabei, ich glaube, was, was, Max Biacci ist wieder, wie ist der echte Seinzongkost. Ich glaub schon, dass er da ist. Ihr seid so gottesfürchtig, ihr alten Kellerwächter, na, das ist sicher der echte Max Biacci. Das passt aber, oder? Hey, du hast denn Zöpfchen, Big Bang? Ist das ein Zöpfchen, oder so? Na, einfach, dass die da nicht so aushängen überall. Okay. Ich gehöre wieder mal zum Friseur, ich kann mir's nicht leisten. Eros Fricker, manche Jugendlichen sind schon echt leimann. Ja, schön, dass ihr da seid, aber fangen wir heute ein bisschen schneller an wie sonst, weil wir haben echt ein großes Programm. Ihr seht, ihr könnt da quasi eure Kommentare mit reinschreiben, für die, die es neu entdeckt haben. Also manche machen es so, sie schauen am Fernseher, schauen es uns zu und bestaunen unsere gestellten Körper und nutzen das Mobiltelefon oder das iPad oder der Rettung, was auch immer, um Kommentare in dieses Chatfenster reinzuschreiben. Und wenn ihr wollt, dass eure Kommentare da größer dargestellt werden, dann könntest du irgendwie so einzahlen. Ich weiß nicht, wie super Chat geht das, da kann man irgendwie so ein, zwei Euro reinwerfen und dann sind die Kommentare halt größer. Dann erregen sie natürlich bei mir mehr Aufmerksamkeit wegen der Kohle und bei den anderen zwei mehr Aufmerksamkeit, weil sie es dann lesen können. Das ist so. Naja, ist so, Alter. Du sagst, schau, kannst du es lesen? Das ist wahnsinnig ungut jetzt schon. 1000 PS. Begrüße die Creme de la Creme von 1000 PS, sagt der Schneck R.R.R.R.R. Report. Dere. Dere. Ja, und Faktenfäule, mit dem wichtigsten, finde ich, fangen wir an. Was? Na sicher. Royal Enfield. Ah, okay. Das ist das wichtigste Thema, weil du warst in Kalifornien, bist die zwei sensationellen Neuheiten gefahren und wir haben bis jetzt kein Video online, weil da irgendwie diese Videologistik nicht hundertprozentig perfekt war. Aber die Motorräder sind gut angekommen. Faktenfäule, nimm dir Zeit, erzähl uns was über die beiden Royal Enfields. Also ich bin, wie gesagt, ein bisschen traurig und unzufrieden, dass ich diese Videos nicht bekommen habe. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist, weil die Organisation an sich war dort richtig leihand. Wir haben uns einmal sozusagen mit der Business Class dort nach Kalifornien geflogen. Business Class? Ja. Geh auf, das darfst du dir das nicht sagen, Alter. Nicht? Nein. Nein, wir sind normal. Economy Holz. Oder Frachtraum, oder? Nein, ganz hinten, wo noch geraucht worden ist. Für mich eine Qual. Nein, wir sind da drüber gekommen und war wirklich ein Santa Cruz, eine echt coole Stadt und schöne Gegend am Meer, einfach Hotel mit Meerblick und beim Frühstück habe ich da den Triathleten zuschauen können, die da irgendeinen Wettbewerb gewendet sind und geschwommen sind. Es war einfach richtig schön und dann ging es ans Fahren und ich habe halt, man geht mit einer gewissen Erwartung in eine Präsentation, wenn man die Eckdaten eines Motorrades kennt. Und ich habe mir halt nicht besonders viel erwartet, beziehungsweise ich habe mir definitiv keine Orgeanraucherei erwartet, habe einen Jethang mitgenommen und wir sind losgefahren. Ich habe mit, um was geht es im Übrigen? Fraxton? Nein, Interceptor. Bin schon, bin schon, ein Schluck Alkohol reicht schon, weil es halt der Fraxen so ähnlich schaut. Continental GT 650 und Interceptor 650, die zwei neuen 650er Schwestern, Twin-Modelle, Zweizylinder, Parallelmotor und eben 48 PS und 53 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen. Das ist ja nichts, was einen vom Hocker reißen würde, aber die Guides, die uns da sozusagen durch Amerika in der Nähe dort von Santa Cruz geführt haben, das waren die Typen, die das Motorrad auch sozusagen mitentwickelt haben, mitgetestet haben, die eben auch die Fahrdynamik sozusagen dafür verantwortlich waren. Das haben sie in Amerika entwickelt oder was? Nein, das haben sie in England. Also in England sind die Tester reingemacht worden. Gibt es Flugzeuge, da kann man rüberfliegen. Und bei den Typen habe ich dann schon gemerkt. Das ist richtig unkürt heute. Ich glaube, es geht ihm ziemlich übel. Jedenfalls, die Typen sind so arg gefahren, dass ich mir dann halt, ich habe mit der Thrux, Entschuldigung, schon wieder falsch gesagt, mit der Continental GT angefangen und der hat schon einmal, der ist angeraucht. Also auf der Graden ist es ja einmal wurscht, auf der Landstraße, da war das relativ stabil. Da sind die 45-Meilen-Schilder nur so vorbeigeflogen und ich habe am Dach hochgeschaut, 90. 90 Meilen? Aber ich muss dranbleiben, weil... Aber du bist doch nicht in Hefen in Amerika. Du bist wahrscheinlich in Hefen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich mir... Also zwei Dinge sind wichtig für mich, dranbleiben... Entschuldigung, eine erste logische Frage, Entschuldigung, warum haben wir nicht die Juliane hingeschickt? Die wäre ja dort zu Hause gewesen. Ja, das stimmt. Aber natürlich, schlauerweise, war die Juliane genau zu dem Zeitpunkt in New York. Hätte ich natürlich sofort gespart, die drei Euro da. Die Juliane war nicht verfügbar, deswegen... Du warst nur die zweite Wahlvolle, es tut mir... Nein, es hat mir aber echt viel Spaß gemacht. Hat passt super, oder? Jedenfalls Mörderanraucherei. Und dann sind wir da in die Bergstraßen gefahren. Und da habe ich dann gemerkt, wie angenehm so ein Motorrad ist, das halt nicht übermotorisiert ist. Weil mit 150, 170 PS kommst du jetzt auch nicht so gut zurecht auf so ganz engen Stücken. Da sind da 50 PS dann eigentlich lieber, weil das kannst du sozusagen auswinden. Und die haben echt schöne Straßen gefunden. Natürlich auch wieder mörderisch angekauft. Und auch da die Stabilität richtig gut von den Tieren. Aber das interessiert mich jetzt noch. 90 Meilen, was sind das? 150 kmh oder so? Oh ja, es sind 150. Aber es liegt so viel. Also statt 75, 150. Und hast du den Top Speed da raus? Geht es 100 Meilen oder ist es vorbei? 100 Meilen hast du am Tag dann schon geschafft. Also 166. Ja, aber das ist ja ernst, wenn sie dich da aufhalten. Da gehst du ins Conti-Jail und... Mit die Achter. Da wären ihnen dann die Handschellen ausgegangen. Wir waren ja große Gruppen. Da waren ja sieben, acht Leute in einer Gruppe. So witzig. Und bei den Habern hast du es halt angesehen, dass sie ihnen richtig Spaß machten. Und dass sie auch zeigen wollten, was sie zusammengebracht haben. Und dann sind die halt einfach so arg gefahren. Also im Nachhinein war alles lustig. Haha, wir haben klacht, haben wir einen Bierschapp trunken. Aber da was passiert wäre. Ja, so ist es schon heiß da herinnen. Alter, da hat es 10 Grad herinnen. Nein, das hat 100 Grad. Ich weiß es auch nicht. Ja, ist halt so. Das macht mich auch nervös. Soll ich es ausschalten? Nein, ist falsch. Jedenfalls muss ich ja euch Bericht erstatten. Die Stabilität auch in diesen engen Bergstrecken schön zum Umlegen von einer Seite auf die andere. Ich habe überhaupt kein Problem. Sehr stabil. Das schicken wir zurück. Sehr stabil. Reifen. Vorne ein 100er, hinten ein 130er Breite. Das sind so wichtige... Auf wie viel Zoll ist es falsch, Schneider? 18 Zoll. Hinten auch 18 Zoll. Also vorne ist 18 Zoll, hinten 16, glaube ich. Oder 17. Ja, aber jetzt muss ich da mal reinkretschen, weil er diese exotischen Motorräder von so kleinen Herstellern, obwohl Roel Enfeld nicht klar ist. Das ist ein riesen Industrie-Konglomerat. Die verkaufen Indien am allermeisten und weltweit. Die kriegen ja immer so viel Sympathiebonus und wenn man dann mit einer Honda fahren würde und Ähnliches erlebt, sagt man, das ist der ärgste Krapfen. Deswegen, knallharte Antwort. Wie ist das mit dem Ansprechverhalten? Ist das so wie ein Japaner? So wie Royal Enfield früher? Oder wie spricht das an? Es ist schon mehr auf Seite der Japaner als alte Royal Enfield, finde ich. Das war echt. Also die Mopetten, die wir dort fahren durften, waren echt gut abgestimmt. Und es ist auch einfach eine angenehme Sitzposition auf beiden. Man glaubt, dass auf der Interceptor 650 man natürlich jetzt viel bequemer sitzt, weil der höhere Lenker drauf ist. Das ist ja eher so das Retro-Macket-Bike. Und die, ich sage jetzt nicht den falschen Namen, die Continental GT, 650 hat halt die Kriegerl, die sind aber keine echten Kriegerl, sondern man sitzt da sehr angenehm drauf. Und in dem Video von der Intermod habe ich es eh gesagt, es kommt mir mehr vor wie so eine SV650X, die ja schon ein bisschen mehr vordert, also frontlastig, aber nicht unangenehm. Kann man noch angenehm drauf sitzen. Also ich war wirklich begeistert, ärgere mich nicht zu Tode, weil ich lebe ja noch, aber habe mich schon sehr geärgert, dass ich die Videos nicht gekriegt habe. Es ist da irgendwas schiefgegangen. Fotos habe ich ja dann bekommen, nach einiger Zeit, also sie haben da echt Probleme im Nachwassern gehabt bei dem Videoteam. Was kosten die Endfilz? Das ist ja eine super Frage. Echt gute Frage. Aber nicht so gewissen. Wo wir gefragt haben, was kosten die, haben sie gesagt, na was würdest ihr dafür zahlen? Also erstens wollte sie mal uns auspratschen und wir dann natürlich so, naja, das darf ja nicht viel kosten und hin und her. Mein Wunsch wäre unter 7000 beide. Aber das habe ich gehört. Das ist das Interceptor eh. Beide auf einmal wäre überhaupt der Wahnsinn. Die Interceptor noch, 200, 300 billiger. Aber sie haben anklingen lassen, beziehungsweise, keine Ahnung, ob ich es ausplaudern darf, aber ich mache es einfach. Es soll auf der Eichmann noch etwas kommen von einem direkten Konkurrenten, das wollen sie noch abwarten. Also sie wollen noch abwarten mit der Preiskommunikation, was noch wer anderer raus schreibt, was da auch dazu passt. Ich habe jetzt eher an die Triumphs gedacht, an die beiden Streets. Das ist ein 900er. Ich meine, von der Leistung her auch, schätzt du schon Ärger? Ich wüsste jetzt nicht. Jetzt können wir die ganze Sendung darüber nachdenken. Was denkt ihr? Welcher Hersteller könnte was bringen, was Royal Enfield als Mitbewerber betrachtet, dass sie bei der Bewerbsgestaltung noch nachdenken müssen. Weil die Husqvarna Swatbillen kommt ja, aber die können es ja nicht als Mitbewerber betrachten. Na vielleicht, vielleicht. Das ist ja viel teurer. Du, aber vielleicht bringt Benelli oder irgend so jemand was. Guck, ich kann es mal gucken. Es war aber auch so. Du, es könnte Benelli oder anderer Chinesis sein. Schon. Der hat 6,50er bringt. Wobei so retromäßig, kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, Bricksen, Misch, Mundial, ihr kann auch 6,50er. Aber ich glaube, da sehen sie sich drüber, über die, glaube ich. Also vom ersten Test her, möchte ich jetzt nicht sagen zu Recht, aber da müssten die anderen schon ordentlich was nachlegen. Ja, wahr. Aber die Ja, das ist, glaube ich, noch ein echter Entwurf. Glaube ich auch nicht. Und es war bei der Presi auch so, dass wir ja mit den Internen da reden haben können. Und auch der Obermacker hat halt dann gesagt, wir wollen natürlich niemandem was wegnehmen. Nein, weißt du, dieses Freundliche, Liebe, Indische. Sondern wir wollen einfach was anderes machen. Die anderen sollen eh verkaufen, was bis jetzt verkauft haben. Wir wollen niemandem was wegnehmen. Du hast mit echten Indern gesprochen. Ja. Du hast dann deinen Inder rausgehängt lassen. Nein, ich habe auch mit diesem Kommen. Der bitte, der Magen dort nicht. Ich werde es nie wieder eingelassen. Was hast du nicht gemacht? Er hat es nicht gemacht. Ja, ich habe es nicht gemacht. Schau, warum soll ich denn das machen? Was bleibt denn? Dann wird ja nicht lullig. Aber das heißt, dass du dich zurückhaltest. Das heißt, ganz professionell hast du dich verholtest. Ja, aber sie waren wirklich nett. Also ich muss schon sagen, sie waren immer zu uns und sie haben uns da verwöhnt. Und das war, aber auch die Mopetten. Die Mopetten beide waren richtig gut. Also Test Detail passt im Moment. Aber natürlich ohne Preis ist es immer schwer in Relation zu setzen. Ohne Preis kann man jetzt nicht sagen, Mörderangebot oder wie immer. Technisch passt es. Schon gut. ABS hat es drauf. Sonst dafür elektronisch nichts. Also Einspritzung hat mich ja wer sozusagen korrigiert, dass man das ja auch als Elektronik-Feature anerkennen muss. Aber sonst nichts. Und das ABS regelt sehr spät. Also das ist ja auch angenehm, weil ein Brembo-Zweikolbenanlage vorne drauf ist. Zwar eine Einzelscheibe, aber wenn sowas gut eingestellt ist, dann ist das auch leihend. Hat es gereicht. Hat es voll gereicht. War richtig, war wirklich gut. Was hat das Gewicht? 200 oder was wiegt das? Ja, so knappe 200. Also ich glaube die Interceptor 202. Also in Wirklichkeit ist das eh dann in der Liga von diesen neuen Hunderten Triumphs. Wie es war. Die haben gehabt 50 PS. 55 PS haben die gehabt. Genau, das wäre bisher gut gewesen. Die haben halt jetzt 10 oder 11 mehr. Jetzt haben sie 65. Jetzt ist es nicht mehr so. Im Übrigen, weil ich zuerst mich mit Thruxton versprochen habe, war lustig, dass der eine Entwickler gesagt hat, naja, wer hat da von wem abgeschaut. Angeblich ist bei Triumph Continental GT die 355er gestanden, wie es die Thruxton gemacht haben. Was ich jetzt auch lustig finde, weil die brauchen von niemandem abschauen. Die haben ja auch alte Sachen. Aber die schauen sich schon sehr ähnlich. Die Tankform und so. Ist aber beides nicht von Nachteil. Die Juliane ist auch dabei. Die Juliane ist schön, dass du dabei bist. Bei der Juliane müssen wir jetzt gemeinsam mecken. Juliane. Uh. Juliane. Ach, was macht die schon wieder? Hat die nichts zum Hacklen? Lass mich zurückrechnen. Ach, zurück, oder? Ja, die muss im Büro sitzen. Ich hoffe, du hacklst. Hat eigentlich der Nils einen Song an den Kleiderschrank gelassen? Nein. Da gibt es auch schon die Tipps. 6.500 US-Dollar wird es kosten in Amerika. Muss man mal aufpassen. In Amerika sind die Preise ohne Mehrwertsteuer. US-Dollar habe ich aber eh erwähnt im Bericht. Das ist ohne Mehrwertsteuer. Das kannst du so nicht vergleichen. Ohne Nebengeräusche. Ja. Ja, Ryan Helfield, vielen Dank. Machen wir weiter mit Intermot. Was ist es, Alter? Intermot 2018 haben wir erstmals einen Messestand gehabt. Einfach nur aus einem Grund. Wegen euch. Gell? Wegen euch, weil wir hinwollten, weil wir euch sehen wollten oder weil ihr uns sehen wolltet. Ich weiß nicht, wie es war. Aber als wertschätzende Geste haben wir uns nicht daheim verkrochen, einen gemütlichen 1000 PS-Büro und einen Sinn an die Front gegangen zu euch. Und fleißig Hände zu schütteln und Selfies zu machen, hat uns irrsinnig gefreut. Weil natürlich, man sagt ja schon, wir sind ja das nicht so gewohnt, diesen direkten Kontakt. Das ist jetzt schon ein bisschen heftig. Aber man muss sagen, es gibt eigentlich nichts Leibandres, als tausendmal am Tag zu hören, wie Leiband man das macht. Das ist schon, du hast das glaube ich auch so formuliert, du bist ja auch jetzt nicht so der große, die Rampensau in Tuchfüllung. Aber wenn man so viel Zuspruch kriegt, das ist schon was Tolles gewesen. Das war großartig. War wirklich großartig. Es war anstrengend, aber also sicher mein lässigstes Wiss, was ich bis jetzt erlebt habe, um die habe ich einige erlebt. Das war wirklich toll. Ich muss sagen, es war eine ganz große Freude. Weil die Leute dann siehst, in real life, die haben einfach eine Freude, wenn sie die sehen und sagen, das ist ja super und die schauen sich das irrsinnig gerne an. Dann hast du so ein kurzes oder längeres Gespräch, ein Foto, hat mir echt getaugt. Hat mir wirklich getaugt, muss ich sagen. Also ich bin auch durchgegangen und bin dann regelmäßig angesprochen worden, waren aber eigentlich eh alle positiv gestimmt und haben gesagt, ihr macht das super. Also ich schaue alles von euch und wirklich nette Leute. Ich war auf der Swiss Moto eben, da war ich schon positiv, also eh nicht überrascht, einfach positiv gestimmt, weil die Leute dort, die Schweizer so nett sind. Und da jetzt auf der Intermut war ich auch schon überrascht, weil ich dachte, dass die Deutschen eher zurückhaltender sind, aber die waren alle echt gut drauf und also die Messe hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und die Leute waren einfach alle, alle, die uns angesprochen haben, die waren wirklich nett. Also es hat niemand gesagt, ihr macht es an den Christen direkt. Alter, das ist ja ein Wahnsinn, was ihr für einen Scheißdreck macht. Genau. Das könnte ja auch sein, aber das ist nicht passiert. Ich meine, es war wirklich jedes Gespräch wertvoll. Es waren viele Gespräche, vor allem Samstag war heftig, haben wir quasi non-stop, haben wir dort direkt am Stand. Das war irre, oder? Das ist non-stop, haben sich die Leute quasi die Hand in die Hand gegeben und es war wirklich jedes Gespräch wertvoll, weil wir wirklich dort live mitbekommen haben, wie breit die Bandbreite für unsere Zuseherinnen und Zuseher ist. Da müssen wir, und da können wir uns noch verbessern, jetzt nach diesem Termin auf der Intermut, da müssen wir halt einfach wirklich nochmal aufpassen. Du kannst dich vielleicht auf das eine Gespräch noch erinnern. Da hat er uns vorher mal gesagt, wie leih man unsere Videos sind und die Wittbillen und die taugt ihm so ein Tankern super und er hat es sich gekauft wegen uns. Und dann kommt einer hin, ja Lobhudelei, eh super, aber bei der Wittbillen hätte man doch sagen müssen, dass die unfahrbar ist. Und er ist von der Fahrschule im Vierzylinder-Honda gewohnt und der ist noch nie anders Motorrad gefahren. Und aufgrund von unseren Fehlern fahrten die Wittbillen nach seiner Vierzylinder-Honda von der Fahrschule und hat dann uns gesagt, na das ist unfahrbar und so ruckelig und wir empfinden das, was den Vergleich zu früherer Einzylinder, das sagenhaft einfach zu fahren. Aber da muss man halt wirklich aufpassen, die Zuseherinnen und Zuseher ist, das ist so eine große Vielfalt und mit so einem unterschiedlichen Backhand, da müssen wir echt uns manchmal noch ein bisschen zurücknehmen und nachdenken, okay, wie würde das für jemanden wirken, dieses Motorrad, der jetzt echt neu einsteigt. Da glaube ich, können wir uns noch verbessern. Schau, der Herr Bremser verliert schon die Nerven, bin neugierig, ob ich diesmal eine Antwort kriege. Seid ihr auch auf der EICMA? Ja, wir sind auch auf der EICMA. Ja, selbstverständlich sind wir auf der EICMA. In den letzten 15 Jahren werden wir auch dieses Jahr wieder auf der EICMA sein und es ist halt schwierig uns dort zu finden, weil wir haben keinen Messestand, weil italienische Fans haben jetzt nicht so viele, dass wir für den Messestand machen, aber wir sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf der EICMA und ich werde wahrscheinlich genau das Level da anhaben, das T-Shirt und wenn ich rumlaufe auf der Messe, kannst du mir einen Magenreiber geben als negatives Feedback oder einen Schulterklopfer als positives Feedback. Magenreiber ist kein Problem, ich habe das Sixpack, da brichst du dir deine Hand. Da glaube ich, du bockst in den Hinkelstein von Obelix rein. Ja. 1000 Päts pro Milchstein, 1000 Päts für die Hänge. Der Hinkelstein vom Obelix ist ein Traum. Das war zur Überleitung auf eure Figuren, oder was? Das ist ein Wahnsinn, der Hinkelstein vom Obelix. Was gibt es noch zu hintermauern zu sagen, ich meine, was auch heftig ist, ist, das ist aber in Deutschland, glaube ich, eher gern wie in Österreich, wie die Leute in Deutschland auf blind, aufgrund von Kaupempfehlungen von uns Motorrädern kaufen. Ich meine, das ehrt uns sehr, aber setzt euch zumindest bitte einmal vorher drauf. Also das ist schon ein bisschen heftiger, wenn ihr ein Motorräder ein Blanco kauft, ohne sie zumindest gesessen zu haben, weil diese Körperproportionen müssen ja doch passen. Oder? Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber das kann man einstellen. Ja, wirklich? Ja? Die Fußrasenanlage. Ja, aber ich glaube das, dass man sich ein Motorräder kauft, ohne dass man sich draufsitzt, das ist wirklich sehr selten, oder? Hallo, das waren Hunderte. Kein Theaterzahn, gut. Die haben das alle gesagt am Stand. Ja? Die neue 12,50 Gs. Ich weiß nicht, wie viele Koffer trägt ihr da schon Grenzhandliseln oder draußen. Na gut, bei einer 12,50 Gs weißt du, wie sitzt. Weiß ich, ja, ja. Was trägt sich hier, dann schaust du da hin. Das ist aber im Übrigen auch ein interessantes Thema, die Größe der Leute, wie unterschiedlich die Wünsche sind. Ja, meine Wünsche sind. Habt eine Empfehlung, ich bin, keine Ahnung, 1,72, der andere wieder, oh, ich bin 1,95, kann ich mir überhaupt eine Ducati kaufen oder sowas? Das ist sehr interessant. Also ehrlich, wir zwei, mit was weiß ich, 1,85, wir haben echt so ein schönes Mittelmaß. Das passt fast überall gut drauf. Ich überhaupt kurze Haxen, das ist super. Wie groß bist du? 1,78. Okay. Also ich glaube, ich habe für sich ein Motorradlfahrer eine relativ gute Statur. Georg Ostermann, ich lese. Schau. Entschuldigung. Aber, weil das halt fast überall passt, außer es ist zu hoch. Wenn es zu hoch ist, dann komme ich halt nicht gescheit runter. Aber generell ist es so gewesen, dass es auf die Fotos auch immer sehr gut passt hat, weil ich eben nicht zu groß bin. Und dann aus einem kleinen geschnittenen Mupperten trotzdem leibend ausschaut. Ja, aber der Mädes zum Beispiel. Mädes ist riesig, ja. Mädes ist viel zu groß. Der sieht wirklich blöd aus auf der MT 07. Auf der MT 07 vielleicht auch. Da hat er wirklich ganz themaig ausgeschaut. Ja, Pech. So ist das immer, wenn man groß ist. Aber was wollte, genau, jemand wollte wissen, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Visier, aber Messe Tulln. Messe Tulln haben wir leider keine Zeit für eine eigene Messe stand, weil da haben wir so ein Bühnenprogramm. Da sind wir am Freitag wieder auf der Bühne, die Wahl zum Motorrad des Jahres. Okay. Da sind wir da die Ergebnisse, womit ihr jetzt gleich fix einteilt seid. Dankeschön. Auf der Intermot, die haben wir zu unserem Stand mit eingeladen. Einfach, ich wollte einmal schauen, wie wir das schaffen könnten, dass man noch jüngere Leute mit rankarren. Ich sehe bei unserem YouTube-Kanal, bei unserem Instagram-Kanal, das ist so, die Jüngsten, die wir erreichen, sind eigentlich so 18. Aber alles aus unter 18 ist dumm wie uns schwer mit unseren Testvideos. Und da habe ich halt die anderen YouTuber mit zu unserem Stand geholt, mit denen wir eh schon manchmal was gemeinsam gemacht haben. Den Blackout, den Lucas Litz, Mrs. Black, Black Forest Raider, Madness, David Post waren glaube ich da, unser Kollege Sabrina war noch da. Also andere YouTuber. Und die haben halt teilweise ein jüngeres Publikum. Und die machen das ganz anders, die sind ja hauptsächlich Motoflogger. Und da, was halt auch leihwandt, was man getaugt hat, die haben die Jüngeren am Stand geholt. Und was auch leihwandt war, der Madness und der Blackout vor allem, haben auch so richtige Gurley-Fans gehabt. Also die haben diesen Frauenanteil, also den Mädelsanteil, aufgewertet. Und was man getaugt hat, ich habe mit den Mädels da geredet, die sind jetzt nicht nur so, die da jetzt anhimmeln und hihihi, Madness, ha, ha. Nein, die haben auch Interesse für den Motorräder und den Taunenmotorräder. Also das ist die erste Initiative, die ich erkannt habe, wo wirklich der Frauenanteil steigt, weil die ganzen anderen Geschichten, was die Industrie da immer macht, um Frauen zum Motorrad zu bewegen, ist im Promillierbereich. Aber bei uns am Stand, als du dir die Fotos anschaust, sind 30 bis 40 Prozent Frauen gewesen, wie die da waren. Und die sind alle Motorrad begeistert gewesen. Also das taugt mir. Für den Nachwuchs, unsere Form der Nachwuchsarbeit ist eben die Zusammenarbeit mit den jungen YouTubern. Und da freuen wir uns, dass wir uns da ein bisschen gegenseitig unterstützen können, dass wir da die Jungen ein bisschen ranführen ans Thema. Und wenn die Leute dann die Jungen da mit 16, 17 die ersten, 15 Jahre kaufen, freuen wir uns, dass wir da die passenden Testberichte dazu haben. Natürlich Leihwand. Der Oben, der ist jetzt leider verschwunden, aber das wollte ich gerne beantworten. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Der hat gesagt, er hat sich auf so eine GS aufgesetzt, er ist selber 1,78 und ist halt gerade und gerade mit den Zehenspitzen runtergekommen und fragt sich, wie gibt es das, dass ich das so gut verkaufe. Dem wollte ich nur sagen, es gibt von BMW, vom Werk aus, ganz verschiedene Sitzhöhen. Und ich glaube, die tiefste Sitzhöhe auf so einer GS ist 820 Millimeter und da ist dann alles in Ordnung. Da kannst du mit 1,78 und er hat wahrscheinlich die ein bisschen höhere Sitzbahn gehabt und dann ist es schwierig. Aber ein GS kannst du locker fahren mit 1,78. Okay. Stamm. Und dann gibt es jetzt, hat wer geschrieben, Mades und Blackout brauche ich nicht und bitte keinen Blackout mehr, er ist ein pubertierender Proll. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, ich glaube, pubertieren ist er immer, aber ich schätze so 23, also 24, 22. Nur, keine Ahnung, ich weiß, dass er erfolgreich ist und ich weiß natürlich, dass er polarisiert und dass natürlich 16-Jährige oder 13-Jährige oder 14-Jährige jetzt niemanden anhimmeln, der seriöse Fahrtechnik-Tipps gibt. Also ich glaube nicht, dass ich meinen Fahrtechnik-Tipps oder mit dem wahrer Hannes seinen Fahrtechnik-Tipps bei einer 13-Jährigen punkten kann. Dementsprechend finde ich es super, dass da auf YouTube diese Vielfalt herrscht und dass die jungen Leute von solchen Leuten angesprochen wurden. Und der eine Mann, mit dem haben wir eh gemeinsam trotz, der war interessant, der ist am Stand gestanden bei uns und der ist mit seinem Sohn, der ist dort gestanden, zwei Stunden haben sie gewartet auf ein Selfie mit dem Blackout. Und ich habe zu ihm gesagt, das tut mir leid, dass du da zwei Stunden warten musst für das Selfie wegen dem Buben. Und er hat gesagt, nein, er findet es super, er fährt selber nicht Motorrad, aber ihm taugt es, dass es einem Jungen das Motorrad-Fahren jetzt taugt und dass er den Motorrad-Influencer anhimmelt, weil die anderen Jungen himmeln die Gaming-Youtuber an und er hat gesehen, dass die Motorrad-Typen immer zusammen sind, dass die sozial sich auch treffen und was machen. Und deswegen hat der Vater gesagt, er unterstützt das, dass er da diese Motorrad-Youtuber anhimmelt, weil die Motorrad-Fahrer sind soziale Leute und die Frauen zahlen und das taugt ihm. Aber ich meine, das ist die Wahrheit. Weil diese Gaming-Youtuber kannst du vergessen, die hucken nur von Computer und die Leute sitzen daheim und die Motorrad-Youtuber, die bringen die Leute raus, dass sie das zusammen machen. Deswegen, ich stehe auf die jungen Burschen und die Mädels auch, die da ein bisschen was machen und die Jungen begeistern. Ja, und der Kani Kanter sagt, der Blackout ist eigentlich okay und ich habe den nur zweimal getroffen, diesen Blackout, einmal am Pannonia-Ring und einmal da jetzt auf der Messe, auf der Intermod, ich kann da nichts sagen, der ist mal sympathisch gewesen, der hat einen ganz netten Auftritt, der hat einen netten Ort und das, was er in den Videos macht, das weiß ich nicht. Nein, ich habe auch noch kein Video gesehen, ich schau mal, ich weiß jetzt nicht, nur wenn jemand sagt, Vorbild, kann man so jemanden als Vorbild aufbauen? Nein, wir wollen ein Vorbild. Das ist das Thema, mit wem willst du einen 13-Jährigen, 14-Jährigen oder einen 16-Jährigen begeistern, mit irgendwelchen Vorbildstypen, was waren deine Vorbild, als du jung warst, waren deine Vorbilder? Jimmy Hendrix. Der ist leider froh aufbankelt. Ja, so ist es. Sind wir froh über die Bandbreite? Ja, das ist natürlich eine edle Frage. Nesti, ich will mir die 2019 Ninja H2 Carbon kaufen, ist ein bisschen Sprung, kannst du die empfehlen? Fahrbarkeit und so weiter. Ich muss sagen, dass die eigentlich schon ab 2018 die H2s sehr angenehm im Ansprechverhalten sind und sehr angenehm zu fahren sind. Es ist halt kein Supersportler wie ein ZX10R, es ist ein bisschen behäbiger. Ich würde es so als Mischung aus Supersportler und Sporttourer bezeichnen, so eine H2 Carbon. Aber es ist angenehm zu fahren, es fühlt sich sehr souverän an und ist halt ein mächtiger Eyecatcher. Ein bisschen schwerer, also deutlich schwerer, wie ZX10R ist, aber ist jetzt keine reißende Beste. Und wenn es beim Kabel sitzt, geht halt ordentlich was weiter. Insofern, ab 2018, glaube ich, hat es jetzt Leimann Day Mapping drin, ab dem Jahrgang ist, glaube ich, Sond. 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 Wesen, das interessiert mich selber, ich weiß es ist schon wieder verschwunden, aber das interessiert mich selber, ich weiß es nicht. 100 CB 1300 SB, kommt die? Nein, das machen sie wegen dem Euro 4 Zeug nicht. Das ist leider, durch diese Euro 4 und Euro 5 Geschichten kommen halt viele Dinge immer, wo sie sich denken, da sind die Stückzahlen zu gering, dass sie es ja ja auszahlen. Dann kommt das in andere Länder leider. So ist das leider. Aber jetzt sind wir eh schon super U-Beleitung, Quanti hat's gemacht. Motorrad-Neuheiten 2019. Unsere Messe-Highlights von der Intermont. Wenn wir da jetzt zurückblicken, Burschen. Komm mal rein, lass uns mal raus. Halleluja. 10 Franken. Top Sendepause. Der Haberer, der die 10 Franken einzahlert hat Vorgang. Mati, speziell an Zonko, dank deiner Begleitung für die Aprilia 4 Modelle habe ich wie den Thunfisch und der ist vor viel Probe gefahren. Besitze seine RSV 2017 und bin überglücklich. Grüße an euch alle und danke. Mati, Wahnsinn. Danke für die 10 Franken. Aprilia, jawohl. Ich muss trotzdem den Alex Cipulca noch vorlesen. Vorbild, die Pamela Anderson ist bei mir im Zimmer gehängt. Aber Mati, das freut mich extrem. Und ich meine, es ist eine göttliche Maschine. Da wirst du natürlich irrsinnig viel Freude haben. Und letztendlich hast du dich sogar noch für die Renn-Version entschieden. Für die RSV. RSV 420? Ja, du machst das halt leichter im Füß. Du machst immer Motorrad. Ich meine, da hätte etwas wieder schief gehen, oder? Die 30.000 Euro. Ja, klar ist Leiband, ja. Super. Nein, was wollte ich sagen? Messe-Highlight. Messe-Highlight. Was hat dir besonders getaugt? Auf der Intermot? Nein, ich war wirklich begeistert von dieser Moto Guzzi V85 TT. Das ist ganz neu. Ja, aber da hat man nichts in Erfahrung gebraucht, gell? Ja, was hast du nichts in Erfahrung gebraucht? Das ist so typisch für die Italiener. Oder die lassen nichts raus. Ich möchte wissen, wie sie diese 80 PS auszuholen. Naja, nichts rauszuholen. Es ist ein neues Triebwerk. Ich habe mir den Pressetext durchgelesen. Da stehen genau drei Sachen drinnen, die irgendwie, an denen du dich anklammern kannst. Es ist ein 850er Motor. Ja, genau. Und es ist ein neuer Motor. Ja, ist ein 4-Ventiler oder ein 2-Ventiler. Steht das drinnen. Er hat 80 PS. Nicht einmal das steht drinnen, obwohl es ein 4-Ventil-Kopf ist oder ein 2-Ventil-Kopf. Es steht nicht drinnen, wie hoch die Drehzahl ist, weil schon hast du ja sagen können, okay, dieses 850er Triebwerk, wenn die Drehzahl aufgehast um 2000 Umdrehungen, dann werden vielleicht diese 30 PS entstehen. Aber sie lassen nichts aus. Ja, das wäre nie entstanden. Und ich habe mir auch gedacht, dass die den neuen Motor so aufmachen, dass der, weißt du, nicht mehr Hubraum, sondern nur durch andere Sachen. Pauli, wenn du sagst, es wäre nie geworden, Triumph hat einfach um 500 Umdrehungen bei dem neuen 100er Motor. Um 500 Umdrehungen, die Drehzahl erhöht, jetzt haben sie 10 PS mehr. Weil die Leistung ist ja immer Drehmoment mal Drehzahl. Und wenn sie sich um 2000 Umdrehungen aufgefahren, haben sie wahrscheinlich diese 30 PS. Nur das, weiß ich nicht, ob sie das schaffen. Und ich habe mir den Kopf angeschaut, ich sehe das nicht, ob das ein 4-Ventil- oder 2-Ventil-Kopf ist. Kalikant, weißt du das? Es ist ein 2- oder ein 4-Ventiler. Du musst es wissen, Guzifan, Guzifan, Kalikant. Das hast du einfach nichts gesagt. Sie haben es hingestellt, die Maschine, und haben nichts ausgelassen. Ja, aber das hat mich auch schon gefreut, dass die dort gestanden ist. Weil dann habe ich mir wenigstens diese Weiß-Gelb mit roten Rahmenversionen anschauen können. Da aufgesetzt, hat alles wirklich genau da, wo du es willst. Und da schreibt der Meisinger, schreibt, gefällt mir optisch nicht, Geschmackssache. Das kann man nicht sagen. Das ist ja nett, oder? Ja, aber die Guzifor 85 ist mörderlich schön. Und was mir auch daugt, anders als auf den Fotos, ich habe mir schon gedacht, oh, die hat wieder so Blubschrauben. Was natürlich in Ordnung gewesen wäre, aber das schaut einfach wirklich alles leihand aus an dem Motto. Ja, ich finde es auch schön. Und der Jens Weirich sagt, was wäre ein angemessener Preis für die V85? Burschen, Mädels, jetzt müssen wir aufpassen, was wir jetzt schreiben. Die machen noch Marktforschung und lesen sicher die Kommentare. Also schreibt jetzt alle 8000 Euro und nicht mehr, dann bleibt es halbwegs leistbar. Ich fürchte, die wird kein Schnäppchen, weil das Feedback so gut ist. Das ist natürlich immer die Gefahr. Also wenn es sich einordnen bei Diger 800, BMW 850 GS, dann wird die schon teuer. Von der Leistung her müsste es eigentlich mit der 750er GS gleichgesetzt werden. Keine Ahnung, vielleicht holen sie auch mehr raus, vielleicht ist es ein ganz neuer Motor, vielleicht ist es das mit Drehzahl raufzusetzen und nur dadurch die Leistung. Muss man alles einmal fahren? Bei der Richtigen hat es, glaube ich, ganz gut eingeordnet. Mehr als die V-Sturm draußen soll es nicht kosten. Und das ist, schauen wir mal. Normalerweise wären es da ganz größenwahnsinnig, wenn es so ein geiles Feedback gesehen. Wie viele Leute stehen eigentlich hinter der Kamera, Meisinger? Also im Moment sitzt jetzt der Patrick P. Patrick P. ist wieder da. Patrick P. ist wieder da. Patrick P. ist wieder da. ist wieder da. Der ist nämlich endlich wieder da. Komm her. Der macht die Kamera. Und da drüben am Regiepult sitzt der Kukinger. Kukinger. Der ist, der sich immer vor die Kamera dreig. Kukinger. 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 Der ist genau mit der Rampenfall. Erstmals bei 1000 PS, oder? Super Typ. Wer? Er? Das ist ein Wahnsinn. Hat wahrscheinlich der Heimer erzählt, der hat irgendeinen seriösen Job, jetzt hat er sich geoutet. Ich habe gedacht, du gehst ins Puff, du bist bei 1000 PS, das ist ja peinlich. Wie lange war er jetzt weg? Der Patrick eigentlich, schon 10 Monate, oder? Wie lange ist man da beim Zivildienst? 10 Monate? Und es ist vorher kommen wie zwei Wochen, jetzt erwartet, wie schnell die Zeit vergeht. Er ist extrem langsam geworden durch den Zivildienst, jedenfalls. Wo waren wir? Der Thomas ist ein Zwei-Ventiler. Ist ein Zwei-Ventiler-Verdichtung 1,10,5? Wieso weiß er das? Wieso weiß er das nicht? Das gibt es jetzt nicht. Thomas. Ja. Schaut, der Le B sagt, V9 kostet schon 10.000, dann koste ich sicher mehr. Das glaube ich auch. Natürlich wird es ein bisschen mehr kosten. Schau. Bohrung, Hub 34mm. 4,8 Millimeter. Das heißt, das ist ein Kurzhuber. Was als Preis wurde verraten? Der Preis wurde verraten? Wirklich? Ihr seid so. Das ist Leiband. Wir müssten eigentlich nur hier sitzen und uns steppert stellen. Ja, genau. Und die Leute beantworten. Burschen und Mädels finde ich echt Leiband. Meine Griezt ist nicht so gut gezahlt wie wir, aber echt super, dass ich dir die Sendung so bereichne. Du siehst, Daniel Griezt schreibt jetzt zum 20. Mal dein Hemd zum Gehen. Und ich muss jetzt das ganz kurz sagen, das ist aus Mailand, das Hemd. Das ist allerdings schon 20 Jahre alt. Das sieht man gar nicht zum Gehen. Dass es schon 20 Jahre alt ist. Und das war damals so ein Retro-Hemd, was mir meine Frau mitgebracht hat. Und ich trage es noch immer in Ehren. Aber das kriegst du nicht mehr. Das kannst du nicht mehr kaufen. Also es kommt wieder so eine Retro-Welle. Könnte wieder alles sein. So, das habe ich jetzt beantwortet, Daniel. Weil ich meine, sonst müssen wir noch dekompensieren. Also das war ein Highlight. Was war noch ein Highlight? Ich glaube, eigentlich sind wir uns über die Indian FDR 12. Ja. Oder? Indian FDR, für mich Nummer 1, der Intermot. Für mich Nummer 1, der Intermot. Dann 2. Und bei dir ist Nummer 2. Ja, schon. Bei mir ist Platz 1. Indian FDR 12. 100 war insofern beeindruckend, weil bei der Präsentation der Big Boss aus Amerika da war. Irgendwer hat überhaupt das erste Mal, dass der da ist. Weil die Amerikaner sind jetzt nicht so. die Weltenbummler, sage ich mal. Und was auch interessant war, das ist das erste Motorrad seit 100 Jahren, das Indien außerhalb von den USA präsentiert hat. Halleluja, 10 Euro für die Klassenkasse. Hi, ihr drei. Ich finde euch echt cool. Ich habe eine Frage, welches Motorrad ist für die Stadt und für die Landstraße besser? Suzuki G750 oder KTM 97 Duke? Alter, das ist eine Frage, die ist so schwer. Nicht einmal für 10 Euro kann ich die beantworten. Die KTM 97 Duke ist halt umfangreich ausgestattet, Quickshifter und so weiter und so fort. Ein etwas rauh laufenderer Zweizylinder, obwohl, ist ja relativ rauh laufend, ist im Vergleich zu früheren Zweizylinders Leihwand. G6S 750, ein mächtiger Vierzylinder, also wenn du auf dieses Big Bike Vierzylinder-Feeling stehst, ist diese G6S eine richtig gute Wahl und die preislich interessant ist. Die KTM 97 fühlt sich quirliger an, glaube ich und wird Leute glücklich machen, die von kleineren Motorrädern quasi aufsteigen. So hoffentlich habe ich das beantworten können, aber in einer Sitzprobe geht es da sicher besser. Aber schon, da machen wir es uns selber schwer, Kava Z900, das ist halt auch ein irrsinnig guter Vierzylinder, es wird noch schwieriger jetzt, die Aussage, aber es ist immer leichter. Ich wollte ja gerade sagen, die ist so schlau, schon nur zwei zur Wahl geben. Ja, hat mir leid. Und die... Nein, 12 Euro. Meisinger, bei einer 200-Euro-Spende kann man das Hemd doch sicher noch abgekauft, nein, leider. Meisinger, es geht nicht. Und die Indian FDR 1200, das müssen wir da jetzt noch sagen, die kommt jetzt irgendwann im Frühling wahrscheinlich? Ja, kommt im Frühling. Und da werden sie auch selbstbewusst sein mit dem Preis, oder? Naja, die Top-Version, glaube ich, das sind allerdings die deutschen Preise, ich weiß nicht, wie das in Österreich ausschaut, die Top-Version, glaube ich, ist schon bei 16 irgendwas. Das ist das mit Leimerten-Fahrwerk, also mit voll einstellbar, plus Leimerten-Auspuff, oder? Glaube ich. Ja, okay. Und die Basis S-Version anfangen tut es bei 14, glaube ich. Oder 13, 9, oder so. Die FDR 1200 normal, mit der schwarzen Gabel, mit dem Analog-Tacho, und dann die S-Version hat dann schon das Display, das Farb-Display, und genau, die Top-Version 16,5, und die hat halt dann einfach, so wie die normale S, alles Technische, hat aber einen roten Rahmen, und so ein paar rote Teile. Wobei mir aber die gar nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Also mir gefällt die S-Version im Normal am besten. Ja. Schaut voll Leimert aus. Auch der Auspuff stört mich nicht. Zonko, was sagst du? Findest du den übel? Nein, übel finde ich nicht, aber ich habe gesehen, den Agrapovic-Auspuff, den möchte ich lieber. Diese Doppeltröte von Agrapovic, die ist ein bisschen schlanker. Also wenn ich mich für die FDR entscheiden würde, gleich mit Agrapovic. Es ist ja so, die Indien, die stehen ja auf uns, die schätzen uns sehr als Medium, und die werden uns nächstes Jahr sicher einen Dauertester schicken. Sollen wir so ein G-Shift-In nehmen, Zonko, oder quasi eine klassische Indien, oder schon das neue? Bei mir ist es so, ich habe natürlich schon eine klassische Indien gesichert, weil diese FDR, glaube ich, das ist ein bisschen eine jüngere Zielgruppe, das, glaube ich, kann tatsächlich jetzt in einem ganz anderen Bereich wildern, wie Indien bis jetzt unterwegs war. Also diese klassischen, schweren Chopper, das finde ich großartig, dass ich das habe, ich fahre wahnsinnig gern damit, aber diese FDR 1200, die wird auf alle Fälle mehr Aufsehen erregen, glaube ich, und außerdem kannst du dich halt gegen so Naked-Bikes antreten lassen, das ist wahrscheinlich für 1000 PS, wo die Zielgruppen doch ein bisschen jünger ist wie bei mir, glaube ich, ist das was echt Mächtiges, wo du ganz leibende Videos machen kannst, und weil auch das Interesse einfach so groß ist, weil die Leute, jetzt haben wir es einmal gesehen, jetzt wissen wir, wie das ausschaut, wir haben die Eckpartner, aber wir wissen nicht, wie das fährt, das muss man sagen. Und da bin ich gespannt. Auf die Fahrer bin ich auch gespannt, und vor allem, was ich dann auf der Messe auch richtig in Natur gesehen habe, das Radl vorne, das ist eine andere Größe, das ist ein 18 Zoll Fahrrad, und hinten hast du ein 150er Hinterreifen, beim 120 PS Naked Bike ist ein 150er Hinterreifen schon eine Ansage, finde ich. Das heißt, die haben sich wirklich was überlegt, dass das anders fahren soll, als die anderen. Also ich glaube, dass das ganz leihend sein wird. Vor allem, das hat ja ein mächtiges Drehmoment, der 150er wird ordentlich leiden. 115 Nm hat das. Na, frage, wie der leidet, wenn er nicht ist. Also, es kommen jetzt interessante Sachen. Eine Sache war, was bei der Indien fehlt, sind meine Begriffe Speichenfelden. Das ist kein uninteressanter Hinweis, also Speichfelden stehen in den ist sicher gut. Und dann ist noch ein interessanter Einwand, wer auf welche Käuferschicht das abzieht. Da ist zum Beispiel Ducati Monster, ist da erwähnt worden. Ah, ich weiß es auch nicht. Ducati Monster, Ducati Scambler, Husqvarna Kunden, obwohl das sind ja noch wenige, BMW All90. Also, ich glaube, mega, mega cool ist es auf alle Fälle. Also, wenn du vom Image her, wenn du dich mit dem, die ich beim Biker-Treff blicken lasst, mit der Indien, das ist, also, wenn du tatsächlich so Ducati-verliebt bist, ist das ein echter Alter. Die haben es komischerweise geschafft. Die fangen jetzt neu mit was an und das ist total sympathisch und alle sind geil drauf. Also Hut ab, da bist du echter, wenn du mit dem fährst. Und, was wir halt natürlich machen müssen, wir haben in Indien geschickt so Vorschläge, was wir für Videos machen können und, naja, dieses Flat-Tracken, das ist ja isentlich gefährlich, oder? Der D-Board hat sich zur Verfügung gestellt, aber der legt das sicher zusammen, oder? Ja. Das ist so gefährlich, oder? Das kann ich beurteilen, es ist wirklich gefährlich. Das Schlimmste ist aber bei diesem Flat-Tracken, du kannst das schon machen, natürlich, das kannst du so fahren, dass du nicht auf die Go fliegst, nur wenn das dann ein anderer sieht, wie du dort fährst ums Leben, da schläfst du ein, denkst du, Alter, das gibt's ja nicht, wie der da bochen, wenn man da umfährt. Und wenn du ernst fährst, ist das richtig gefährlich. Also, ich kenne nur so Augenzeugenberichte von diesen Flat-Track-Rennen in Amerika, wo es dort fahren, wo es mit 180 auf so eine Kurve zuschießen, ohne Bremsen, und dann alles so da quer tut reinfahren, und diese Motoren, seine riesigen Motoren, das hat einen mächtigen Sound. Also, das ist, glaube ich, ganz, ganz was Ernstes. Das ist ein wirklich wilder Hund. Naja, das soll ich selber nicht probieren. Der D-Board macht das sicher. Der D-Board wird das für uns machen, oder? Der D-Board, Flat-Track, Flat-Track, passt super, und der Alex meint, die ist zu schwer dafür, wie du der D-Board als ein starker Burscht der macht das. Bringt sicher Klicks, in jedem Fall. In jedem Fall gibt es Klicks für ein Video, oder? Ja. Ja, und was wir jetzt auch noch erwähnen müssen, wenn wir über die Indermot-Neuheiten sprechen, ist, glaube ich, ein Motorrad, das haben wir gar nicht am Radar gehabt. Vor allem immer so ein Saftlbieter. Ja, das ist ja... Was, ein Bier, oder? Hast du noch eins? Na, so eins. Ist das okay? Wasser, Fritze? Danke. Wasser, Fritze! Was machst du jetzt? Du, wie heißt der? So gemischt mit Bier? Die KTM. KTM hat gesagt, sie haben keine Neuheiten auf der Indermot, weil sie auf der EICMA die Neuheiten presentieren. Das steht dort, relativ, ich würde nicht sagen, unscheinbar, aber jetzt nicht so groß auf dem Protest und so, die 1290 Super Duke GT, deutlich aufgewertet für 2019. Und, die 1290 Super Duke GT war auch eine von den Motorrädern, wo zu uns sicherlich die meisten Leute am Stand gekommen sind und gesagt haben, danke für die Empfehlung, die habe ich, die ist wirklich leibernd. Ist halt echt eine universelle Empfehlung für alle, die gern ein, ja, verbindliches Fahrzeug haben, mit dem man verbindliche Geschwindigkeiten an den Tag legen kann, aber trotzdem ein bisschen am Fahrkomfort und da ist 2019 das Fahrwerk verbessert worden, diese ganze Konnektivität, das Display ist verbessert worden, ein paar PS mehr, ein bisschen Super Duke-Technik ist drin, also das könnte wirklich so jetzt die Benchmark sein in dieser Anraucher, Komfort-Zonen-Wieger, also mir fällt da jetzt nichts ein. Ich glaube, weil das das, Mensch, weil die neue XR kommt jetzt, ich habe mich nicht daran zu sagen, aber das ist sicher eines der sportlichsten Geräte, das so auf Tourer macht, finde ich. Also es ist jetzt kein Sport, es ist kein Tourer, der sportlich ist, sondern es ist ein Sportmotorrad, das auf Tourer macht, finde ich. Und die Sitzposition finde ich fast noch leibernder als auf der Super Duke R, wobei, die bin ich jetzt unheimlich wieder gefahren, war total begeistert. Also ich freue mich schon richtig, wenn die Super Duke GT für uns dann zum Fahren ist, weil die muss so leibernd sein. Das glaube ich auch. Der Moodle von der R mit 175 PS, das Farb-TFD-Display von den Super Adventure-Modellen, das ich ja hochlobe, Schaltautomat, die ganzen Regelsysteme, hat mir der Techniker gesagt, das ist jetzt alles einfach noch dreimal sensibler. Also es ist alles richtig leibernd. Und wir wissen, wie Leibernd die KTM Traktionskontrolle regelt, wie viel die zulässt und aber doch dann regelt. Das ist so leibernd, Traummotorer. Ja, und da gibt es natürlich jetzt geteilte Meinungen, der Matze meint, die Super Duke ist so enttäuschend von der Optik her. Ja, ja. Sie wirkt von vorne schon groß und mächtig. Und die GT, ich habe mir auch gedacht, na, das schaut zwar jetzt besser aus, was mich aber tatsächlich stört, ist, dass der Scheinwerfer, dann oben so einen kleinen Knick hat und dann geht bei der GT die Scheibe weiter. Also der Scheibe beschreibt das genau als Gegenteil vom Matze um. Also Geschmäcker sind wie immer verschieden, man kann es in je allen recht machen. Was ich leibernd finde, bei der GT, haben wir es natürlich auch angeschaut, mir war das, also ich bin, heuer bin ich gefahren damit, mit der Alden noch und war richtig begeistert, weil man dachte, na bist du, das ist Sportdurer, bester Sportdurer. Und jetzt habe ich das gesehen, das ist vorhin nicht mehr so plunzig, wie es war, das ist ein bisschen schlanker geworden fahren, weil die Alden waren richtige Kisten fahren. Und jetzt ist es ein bisschen schlanker und dieser Knick dort, Scheinwerfer, Windschild, das stört mich jetzt, glaube ich, gar nicht so dramatisch, aber dass das schlanker geworden ist und dass das technisch jetzt komplett aufgerüstet haben, ich glaube, das ist eine echte Killer-Maschine. stört es auch insofern nicht, weil das Motorrad insgesamt so leihand ist und so gut funktioniert, also wenn es jetzt die Alte noch top ist, wie der wohl passiert, dass ich darüber hinweg sehen kann. Einfach ganz normal nirgweihand. Und was aber trotzdem ist, es haben auch welcher Messestand bei uns gesagt, sie haben jetzt noch die alte, also die derzeitige, 2008 in der Superdue GT beim Händler zum Mörderrabatt abstauben können und wenn man den Preis dann quasi zu dem aktuell gebotenen betrachtet, ist das auch ein Mörderangebot. Also das ist auch eine Alternative, wenn man nicht immer das aktuellste Nonplusultra haben will, sondern etwas, das wir jetzt ja auch noch als Nonplusultra bedachten, weil das war ja kein Kropfen. Das kannst du jetzt richtig günstig, aber es ist relativ akzeptabel kaufen. Ähnlich zur GS-BMW, zur neuen R1250 GS, finde ich. Janko, du bist jetzt gefahren und... Bin ich gefahren, ne? Naja, das ist schon was anderes, Alter. Das finde ich auch. Naja, aber ich finde, dass sich die jetzt nicht so arg entfernt hat von der Alte. Achso, ich verstehe schon. Ich meine es in die Richtung, dass da jetzt nicht so viel um ist zur Alten und dass man bei der Alten jetzt noch zuschlagen könnte, wenn man einen Sparen kann. Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, dass mir BMW da nicht böse sein darf, weil die haben es ja logischerweise auch absichtlich so gemacht. Die Alte hat sich ja noch gut verkauft. Warum soll ich da jetzt alles ändern? Und du wirst ja auch sagen, merkst du irgendeinen ganz einen Origenunterschied von der Neuen zu Alten? Naja, stärker ist es halt. Der Motor ist, das ist dramatisch anders, finde ich vor allem im unteren Bereich. Das sage ich auch, dass im unteren Bereich angenehmer ist. Ich finde aber die Alte jetzt nicht so schlecht. Nein, die Alte war ich nicht schlecht, aber die Neue, also bei mir ist es jetzt so, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem Alten und dem Neuen Motor, dann nehme ich mal den Neuen Motor, weil ich jetzt, und das finde ich eine echte Sensation bei so einem wuchtigen Zweizylinder mit 1250 Kubik, dass ich mit 1500 Umdrehungen im dritten Gang fahren kann, das fährt ruckfrei. Ruckfrei fährt das dahin, da sondierst du die Landschaft aus und wenn du denkst, na alter, und jetzt Feuer, dann fährt das einfach auf, ganz linear, ohne Verschlucken und das finde ich wirklich spektakulär und bei mir so, ich glaube das Video vom Schaf mit mir, das kommt eh bald auf, bei mir ist es nämlich tatsächlich so, dass ich das, ich habe diese Mechanik gesehen mit diesen verschiedenen Nucken, mit den unterschiedlichen Nuckenprofilen und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass man das nicht spürt, den Übergang, den spürst du nicht, du spürst ihn einfach nicht. Und ich habe auch darauf geachtet, mir ist im Gelände halt vor allem aufgefallen, dass es von unten heraus wirklich so richtig angenehm ist. Ja, also das ist aber groß, und das möchte ich dann zum Beispiel nicht missen, wenn ich das jetzt habe, weil der Buchsermotor an sich hat mir irrsinnig getaugt, und diese 1200 hat mir natürlich auch wahnsinnig getaugt, aber wenn ich irgendwas mit so einer Maschine möchte ich auch grusen können, ich möchte mich auch entspannen können, ich möchte mich ganz tief erdreht, und durchs Land fahren, und wenn ich Feuer geben will, dann gebe ich Feuer. Und das kann das jetzt viel, viel besser. Zunko, Pfeifferl rauchen, Wuppet, ich danke dir sehr. Na geh, jetzt ist es aber wirklich. Ich habe doch wahnsinnig viel geredet, das ist 10 vor 8. Jetzt müssen wir noch das Letzte machen, weil, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, war Suzuki Katana, 2019. Katana. Ein Lebenszeichen von Suzuki, vorher hat gepostet, dass er im April schon kommt. Ich habe zuerst irgendwann einmal gehört, im August, dann Mai, April, schauen wir, auf jeden Fall, sie kommt für 2019. Mai habe ich auch gehört. Ja, sicherliche Messe, heilet auch. Nein, meine Nummer 1. Deine Nummer 1? Das hat mir echt da. Ja, auf das freue ich mich wirklich. Und ich habe eine echte Freude, dass Suzuki, die jetzt eh relativ wenig daherzahen, dass denen das so gelungen ist. Ich finde das nämlich wirklich gelungen. Und manche sagen dann, das Heck schaut ein bisschen komisch aus, das finde ich nicht. Mir gefällt die Maschine von vorne bis hinten und nachdem das im Endeffekt diese Technik von der GSX-S1000 ist, ist doch mörderisch. Und die Optik taugt mir total. Zurückspringen zu GS, Martin Ganglberger postet, ich bin beide GS18, 19 Abwechslung gefahren und ich finde den Unterschied nicht dramatisch. Ich bin aber auch ein Warmer. Martin, das muss so nicht sein. Hat auch jetzt keinen Einfluss drauf. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sicherlich so, um das so abschließen zu können, wenn jetzt jemand eine aktuelle GS hat, mit der zufrieden ist, der muss jetzt nicht so gut Panikattacken mäßig verkaufen und sich die neue nehmen. Ich finde, es hört sich viel herger an. Wenn aber jemand eine hat und sagt, hast du dir jetzt schon 50.000 Kilometer drauf, wie wie eine neue? Na ja, dann kann er sich eine neue holen. 11 PS, 18 Newtonmeter, hört sich Org an. Aber es ist jetzt nicht so der Grund, da gleich zu wechseln. Und Katamag freuen wir uns natürlich auf den Test. Das ist natürlich endlich ein kleineres Lebenszeichen. Irgendwann im Frühling, angeblich in Japan, sagen kannst du, ob eine Latte wird. Dann werden da der Falli oder ich ausruppen. Ja, du kannst ja hinfahren. Das ist ein Wahnsinn. Das war eine Mördergeschichte. Bist du? Da war der Falli noch beim Motorrad-Magazin und ich bei 1000 PS. Das war die geilste Pressereise. Wo warst du? Ja, das war der Falli. Japan, fünf Tage, alle Kawasaki-Sachen angeschaut. Shinkansen-Fabrik, die... Wow. Mörderisch. Kawasaki Heavy Industries, Schiffswerft, haben wir angeschaut. Wow. Mörderisch. Borg. Die Motoren, also einfach normale Wohnhaltser, sind da die Motoren in der Größe. Und die Pressebetreuung, die Japanisch hast, irrsinnig beeindrucken können, wenn es viel... Weißt du, wie wir vertragen waren, Der Falli war fünf Tage im Öl. Nein, nicht so arg, aber was wir dort Sackgeweckler haben, die waren so erledigt, dass wir dort vertragen haben. Mary Strong, Mary Strong, Mary Strong. Das ist aber göttlich. Das war für Kawasaki, eine sehr teure Presse. Ja, war Borgas. Ja, auf, das brauchen wir uns nicht aufhauen. Die Geschichte war wirklich ungut. Da haben wir uns echt gelabt auf deren Kosten. Nein, also das ist so, wie Katana, da war jetzt nicht drüber nachdenken. Ich glaube, da muss ich nach Japan fliegen. Das war wirklich Leiband. Oder werden wir dann Schnickschnack-Schnuck machen? Ja, ist in Ordnung. Machen wir Schnickschnack-Schnuck und Katana wird Leiband das Einzige, was ein bisschen merkwürdige Geschichte ist. Zwölf Liter Tank, ich weiß nicht, das ist mir jetzt ein bisschen zu knapp bemessen. Ich weiß nicht. Mir ist das wurscht. Ja, du, mit deiner Raucherei ist wurscht. Genau. Du, wie viele Runden kann ich in Pannonien fahren mit einem Zwölf Liter Tank? Du, 24, ich Zwölfe. Ich möchte auch sagen, dass ich mein Leben lang Katana gesagt habe und jetzt kommt es wieder her mit Katana. Katana. Ich glaube, alles muss man gleich sagen. Na ja, dann bleibe ich bei Katana. Das klingt ja komisch. Das finde ich ganz toll, dass alle drei Silben gleich betont sind. Katana. Das ist doch super. Kinderlern. Verzettelung habe ich gehört, das möchte ich nicht hören, Verzettelung gibt es nicht. Jetzt haben wir in die Vergangenheit geblickt bis jetzt und jetzt blicken wir in die Zukunft. Zanko, willst du die Zukunfts-Ausblick ersparen und gehst deine Herzen? Ja, das ist gut. Dann blicken wir ohne dich in die Zukunft. Ich höre eh alles. Hörst du alles? Ich höre alles. Pass auf, wenn du daraus jetzt irgendwelche schweinischen Sachen machst. Hört man alles. Ja, hört man alles. Nackte Kanone, die Szene am Klo kennst, Zanko. Immer dran denken. Was, was, was? Die nackte Kanone, die Szene am Klo ist ja dran im Heißel. Geht auch. Wir sind drauf. Du bist der beste Film. Muss ich unbedingt einmal nachmachen. Wenn ich rübergehe. Neuheiten. Neuheiten auf der EICMA. Die EICMA ist zweite Novemberwoche oder sechster bis irgendwas November. Da berichten wir wieder ab Montagabend natürlich live aus Mailand und pulfern da wieder die Videos raus, dass es allmächtig wird auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Täglich ein 1000 PS Newsletter. Volle Granate für euch. Was dürfen wir dort erwarten? Also Aprilia bringt eine RSO 4 AF mit 220 PS und 1100 Kubikzentimeter. Das ist so gut wie fix. Ob die 220 PS jetzt wirklich 220 PS sind oder 218 oder 222 PS wissen wir nicht, aber so, dass die Panigale halt da wieder Einhalt geboten wird und finde ich interessant, ansonsten wird da jetzt nicht dramatisch was angepasst werden und weil es gleich passt dazu, der Alex Kipulka fragt an Ducati V4. Also es kommt eine Ducati Panigale V4 R 1000, das ist aber nur im Prinzip das Homologationsmodell für Superbike WM, das heißt, die kann man sich kaufen, aber in Wahrheit hat das jetzt für einen Normalverbraucher nicht den ganz großen Vorteil. Also für einen Normalverbraucher der Straßenfahrt ist die S. Genau, also für den definitiv nicht, es sei denn, er will Rennen fahren. Ja, aber das ist ja auch so, dass diese R-Modelle halt einige Extras drin haben beim Motor, die halt für so Supersport-Kondisseure einfach im Genuss sind. Sie hat ja auch 220 PS, höheres Drehzahlniveau, mehr Titan, mehr Magnesium. Für Motorrad-Kondisseure sicher Leiband, 500 Stück bringen es raus, angehe ich eh schon fast alle ausverkauft. Die braucht noch teurer sein als die normalen, die eh schon teuer sind. Aber diese Panigale V4R wird jetzt wahrscheinlich jetzt für euch der ganz tolle Tipp sein, da ist die V4S wahrscheinlich das bessere Ding, aber sicherlich ein paar Details drauf, wo man nachher ein Bussi sagt. Ja, Ducati Streetfighter 1000 oder 1100, das ist die Frage des Jahrhunderts. Ich tippe, ich weiß nicht, wie ihr tippt, jeder darf einen Tipp abgeben, ich tippe, es wird ein 1100er Motor und ich schätze, es werden sein 195 PS, vielleicht sogar 200. 100 bis 200 PS, Ducati V4S, Ducati V4S, Ducati 1100, ich weiß, was ihr tippt, jeder darf so seinen Tipp abgeben, der Gewinner fliegt zur Präsentation. Nein, das machen wir natürlich schon, das machen wir uns, schauen, ob es in Europa ist oder weit weg. Ich glaube aber weniger. Du, was du bist? Weniger PS? Ich glaube, dass man jetzt nicht so weit reinfährt, wir werden vielleicht 180 machen, dass andere 10er Stelle ist. Was war es jetzt bei 200 PS, oder was? Naja, nein, wir sind gerade am diskutieren. 100 PS ist bei 200 PS. Ob die Ducati Streetfighter 1000er oder 1100er? 1100er. Glaubst du 1100er? Ja, sicher. Und glaubst du steht 200 PS oder 190 oder 180 oder was steht drauf am Datenblatt? 180 sicher nicht, steht sicher über 190 und wenn es echte Eier haben, schreiben sie 200 drauf. Ja. Ja. Da hören wir uns noch, Freunde. Ich muss jetzt aber sagen, ich bin ja mit der Panigale V4S, bin ich jetzt vor kurzem gefahren, diese Elektronik ist ja so irrsinnig gut, dass das, ich bin es auf der Straße gefahren, nicht auf der Rennstrecken, und wenn du das abfeuerst, wenn du im Ansatz, wenn du irgendwann denkst, na gut, jetzt muss ich es wissen und du schenkst dort ein, das ist unglaublich, das ist eine MotoGP-Elektronik. Du kennst das von MotoGP, wenn sie aussehen fahren und immer den Lenker noch so ein bisschen verschlagen beim Gradausfahren, weil das Vorderrad hat halt gerade und gerade nicht den Asphalt berührt und genau sofort diese Panigale-Elektronik ist mit mir dort aussiegeschossen und ganz knapp über den Boden und das bringt es ja bei dem Streetfighter, da müssen sie natürlich ein bisschen mehr elektronische Eingriffe haben, aber die Aprilia wollen sie auf alle Fälle einmal ganz fest leistungstechnisch, weil Aprilia und Ducati, das ist eine unglaubliche Konkurrenz in Italien. Und MV Gusto sich auch, MV Gusto. MV Gusto, ja. Und das wollen sie ganz, da wollen sie einmal keine Gefangene machen und sicher die meiste Leistung einführen. Und die Aprilia-Fans natürlich hoffen und beten, dass nur 150 PS haben wird, na das glaube ich wird es nicht spielen. Also der neue Ducati-Standfighter wird es, nächstes Jahr wird es der Thunfisch, wie du sagst, nicht mehr so einfach haben wie heuer, da wird MV und Ducati ein Wörtchen mitdrehen an der Krone des Straßenregenten. Und das wird sehr spannend. Ja, aber schauen wir mal, wann die wirklich kommt und wie es Leiband fährt. Aber auf der EICMA werden wir es auch auf alle Fälle sehen. Ich glaube Ducati ist so, dass sie am Montag, also nicht am 6. November, sondern am 5. November am Abend die Veranstaltung haben und da werden wir euch dann sofort informieren. Habt ihr den Ben, Süperan, sind dran? Der war halt bei uns da. Nein, geh. Der ist da halt zu essen. Wenn der Streetfighter V4 kommt, schmeiß ich direkt die Kreditkarte nach Polonia. Naja, das hilft nichts, Ben. Was ist das für ein Landsmann, der Ben? Ein deutscher Berliner. Und der ist da gewesen, oder was? Ja, der macht so App und UX oder Ben, wie heißt das, was du machst? Ich sage, so ein Grafiktyp halt, so ein Künstler, der so App-Oberflächen gestaltet. Ich weiß nicht, wie das wirklich heißt. Und das macht da für uns für die Neue etwas, das richtig auch. Kinzinger hat die Generalvertretung in Österreich für MV, ist nicht 100% richtig. Kinzinger macht mit den Filialen diesen Vertrieb halt, aber so einen echten Importeur, wie es das früher mal gegeben hat, gibt es in dem Sinne nicht mehr. Ich glaube, dass die MVs halt von Italien raufliefern zu den österreichischen Kinzinger Filialen und sie haben in Österreich ein Teilelager, also es ist auf alle Fälle ein seriöses Kundenservice vorhanden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Für Österreich, für Deutschland kennen Sie die Rahmenbedingungen gar nicht. Ja, und da kommt jetzt der Glaubenskrieg, Ducati Panigale V2 versus V4, haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja, was müssen wir noch machen? Moto Guzzi. Moto Guzzi steht, eh klar, die V85 im Visier, die TT, diese Reisenduro, aber es soll auch noch das nächste Modell auf dem 85er Motor dort stehen, haben sie ja letztes Jahr schon gesagt, das nächste Jahr auf der EICMA, also 2018 auf der EICMA, kommt nachher die nächste Studie mit einem eher straßenorientierteren Ableger, also so, ich sage mal, so eine Straßen-Enduro, mehr straßiger als die derzeitige V85 angeblich. Das wird dann so ein Konzept sein, was dann quasi im Laufe des Jahres 2019 fertig gemacht wird. Also so ist man... Also es wird definitiv eine ganze Familie mit diesem Motor aufgebracht. und das nächste Familienmitglied, wird quasi als Appetheiser, als Studie gezeigt, wenn ein Motor gut ist, dann... Ist das ein Nektbike? Nein, ich würde nicht sagen Nektbike, ich glaube, es wird so eine straßenlastige Enduro sein. Könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nur ein Mutmaßen. Ja, aber ich hoffe, wenn sie es wirklich machen, weil ein Enduro haben sie jetzt eh mit dieser TT, dann hoffe ich, dass eine Straßenmutter auch nicht stört. Vielleicht machen sie eh, vielleicht bin ich falsch informiert. Das hoffen wir, das hoffen wir, dass der Nils falsch informiert ist. Das hoffen wir. Und dann, weil so viele Leute gefragt haben, wie mich... Da schaut der Felix Gerbel, das muss man mal... Faule ist der Leibernste. Faule, ich bitte dich. Nur so, ja, und er hat aber auch recht. Er hat auch recht. Genau. Der Felix Gerbel. Harald Rust, meine Frau hat gerufen, ich muss los bis dann. Harald, deine Frau soll sich jetzt neben dich setzen und schauen, was du für Leibern, der Havere gerade im Fernseher meinen hast. Und dann sagt sofort, bitte schau dir ihre Typen an, die bringen endlich mal ein Niveau ins Wohnzimmer. Ja, vielleicht haben sie einen neuen LED-Scheinwerfer am Motorrad montiert und machen jetzt eine Nachtausfahrt. Dann ist sie auch in Ordnung. Dann ist eine Nachtausfahrt und ist okay. Wo Nils in der Schweiz war, die Badi war mega geil, der Sound, unglaublich. Da hast du recht, ich habe natürlich wieder mal nicht das richtige Mikrofon gehabt und das hat alles zerrissen. Das war ein bisschen eine Niederlage. Wann genau kommen die ersten News bei der EICMA? Also wir, im Prinzip stellen wir die News ab 5. November geht es los, dass wir die online stellen dürfen, mein lieber Whitey. Du warst bei einer neuen Marke nach Motoguzi. Ja, Motoguzi. BMW. BMW S1000R ist auf der Intermutt gestanden, aber nur am Parkplatz hinten beim BMW-Stand. Ein Dark Room hat das geheißen. Haben sie Schwarzer Raum. Schlechte, echt. Und die Händler und Opinion Leader haben rein dürfen, ich bin nicht wichtig genug. Das gibt es da nicht. Oh ja, und da haben die Leute einige können anschauen. Ja, aber wenn das so war. Na, was ist da jetzt so schrecklich dran? Das finde ich ganz, ganz fürchterlich, weil ich habe mit irrsinnig viele Leute geredet, mit Deutschen natürlich, die waren entsetzt, dass der Heimmarkt und ich meine, die Intermutt, das ist Deutschland. Und der größte Hersteller stellt diese S1000R nicht in Deutschland aus. Also die habe ich verstanden, die sich da irrsinnig aufgeregt haben und ich dachte, warum stellen sie es in Italien und nicht da bei uns am Heimmarkt? Und wenn sie es hinten, wenn das stimmt, dass die draußen gestanden ist, dann ist das Wahnsinn. Es sind irgendwelche hochpolitischen Entscheidungen, die halt irgendwie grauslich sind. Da setzen halt irgendwelche Strategen auf diese Messer und nicht auf diese und dann ist die Entscheidung halt so, wie sie ist. Das Praktische ist, die Leute, das da reinlassen mit dem Trak, haben ja alle Geheimhaltungserklärung unterschreiben müssen. Aber die sind halt irrsinnig stolz, dass sie das gesehen haben und haben sofort ausgeplaudert wie die Shing-Elster. Jeder ist hergekommen, so, Alter, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Also, ich war es jetzt alles und ich habe nichts unterschrieben. Also, es wird kein V4-Motor, aber der Motor wird so schmal, dass angeblich die Maschine im Motorbereich nur um vier Millimeter breiter ist wie die V4-Aprilia. Irgendwer hat gesagt, es soll eine Rundenzeitgarantie kommen, dass das Motor um eine Sekunde schneller ist wie jedes andere Rennmotor auf jeder Rennstrecke in der Welt. Um eine Sekunde? Ja, mit Rundenzeitgarantie. Haben sie irgendwie bei so Vergleichsfahrten herausgefunden. Große Groschen haben sie einmal. Das passt, das taugt mir total. Angeblich, aber das ist jetzt schon wieder, was die Leute trinken alle gern, es soll ein komplett neues Fahrwerk kommen von Mazzocchi mit einem sollen neu... Was war das Mazzocchi-Fahrwerk haben Sie drinnen in der Tausender BMW? Ich glaube schon, ich weiß nicht, was den es jetzt schon hören sagen. Es gibt ein Voschober dieses neue Fahrwerk, was in der Kawasaki drin haben, was ich schon gefahren bin. Die direkt angesteuerten Ventile, die schneller sind wie die nicht direkt angesteuerten Ventile. Und so etwas soll jetzt auch in der S1000R kommen. Das heißt, ein noch hochwertigeres elektromechanisches Fahrwerk. Trotzdem wird es so sehr für die Rennstrecken, Racer, die werden trotzdem wahrscheinlich ohne den fahren werden. Was ist noch wichtig? Angeblich soll es aber radikaler werden. Das ist natürlich jetzt die interessanteste Information, die wir sofort ins Visier nehmen müssen. Weil wenn die zu radikal wird, könnte möglicherweise das so sein wie damals bei der A1, dass die alte A1, das leibandere Landstraßenmodell war, wie dann die neue, die aktuelle. Und das könnte, aber könnte, könnte mit 30 Rufzeichen könnte, möglicherweise wird mit dem W jetzt außer sein, wenn die so radikal wird und so ein orges Racing gerät, dass möglicherweise die aktuelle so der Geheimdiff für die Landstraße ist. Aber das ist mega Mutmaßung. Das Problem in dieser Klasse ist halt, du misst dich mit deinen Konkurrenten und da will jeder der Beste sein. Da will jeder auf der Rennstrecke die runden Zeiten machen und da geht es jetzt nicht um Komfort auf der Landstraße, sondern geht es nur mehr um Zeiten. Und klar, dass die dann immer radikaler werden alle. Die Japaner haben ja früher einfach eh leibende Motorradung gemacht und haben sich noch überlegt, vielleicht fahrt der eine oder andere auf der Landstraße mit seiner Fireblade und daher machen wir es so, wie sie es halt gemacht haben, doch noch ein bisschen komfortabler und das ist vorbei. Jetzt muss das immer besser werden. Aber was mich total wundert, dem stimme ich vollkommen zu, nur das wundert mich total, dass da kein so ein Ölinz Vorwerk reinstecken. Na wieso, es gibt verschiedene Hersteller. Es weiß eh, dass es verschiedene Hersteller gibt, aber das Ölinz ist, wenn wirklich schnell sein willst, dann schau einen in die MotoGP oder Superbike wählen. Da kannst du scheinerschauen, es ist kein elektronisches Vorwerk, es gibt kein elektronisches Vorwerk. Und das elektromechanische Vorwerk von Ölinz finde ich nicht so Leinwand wie das von Schowa. Ich verwende es auch ein mechanisches Vorwerk. Und wenn ich die neue Doppler, die ich nächstes Jahr zwei Jahre bestellen werde, weil ich glaube, dass es Leinwand wird, kann ich natürlich auch Ölinz und das elektrische Gewehr raus. Und das machen ja dann alle so. Oder vielleicht Catec oder hat ja jeder seine Haus- und Hoflieferanten. Du wirst ja bei BMW wahrscheinlich eh wieder die Möglichkeit haben, es mit einem normalen Fahrwerk zu haben. Wenn du das richtige Kreuzerl findest in der aliens langen Liste, die mörderisch sein wird. Das wird ein Highlight werden. Und jetzt haben aber einige gefragt, kommt die S1000R auch schon ohne Doppel-R? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Glaube, nicht wissen. Was angeblich auch kommt, ist eine F850. ausplaudert. Ich habe vergessen, ob es eine R oder eine GT kommt. Es kommt eine neue F850, ist aber eh logisch. Sie haben den 850er Motor, die große Raketenwissenschaft. Die wird kommen und auf diesen 1250er Aggregat kommen auch noch weitere Modelle. Ich weiß nicht welche. Ich tippe auf die R200R und die RS. Da ist natürlich die Frage, wann diese Markteinführung sein wird. Gut möglich, dass man erste Schritte auf der EICMA sehen wird, aber wann die im nächsten Jahr alle ausgeliefert werden, war es noch kein Mensch. Die Topplayer werden wir das erste Mal fahren im Laufe des Winters. Das wird mit Klaus Kramer wahrscheinlich gemeinsam machen. Klaus Kramer ist perfekt. Der hat übrigens auch eine geordert. Das, was der Felix Gerbl sagt, ist super. Ich bin Techniker im Getriebebereich, die BMW wird leistungstechnisch alles übertreffen. Die füllen mal über 220 PS. Es sind angeblich nächstes Jahr drei Supersportler mit 22 PS. Die Aprilia, die Ducati und die BMW sollen in dieser mörderischen Leistungsliga unterwegs sein. BMW geht sicher 219 an, immer das Tiefstapel, dann haben alle 22 25. Das ist unvorstellbar. Wieso? Weil das keine Ahnung, vor 5, 6 Jahren in der Superbike WM und jetzt haben sie Euro 4 mit dem Motor. Euro 4. Das sind die Technikingenieure. Das sind Streber, das Leihwand. Verrückte Welt. Das wird so mächtig werden. Das hat sie auch mit dem 1100er. Das wird so mächtig. Und Aprilia. Das war es zu BMW, was können wir noch aufplaudern. MV Gusto haben wir schon ausgeplaudert. Vespa bringt diese Elektro-Vespa, die kommt. Und der GTS ein Upgrade oder Neu-Redis sein. Yamaha Dennery. Vorher eine interessante Frage. Yamaha Dennery, vielleicht haben wir da ein Video. Felix Gerbel sagt, ja, macht euch auf über 230 gefasst. Mehr darf ich nicht erzählen, sonst werde ich gefeuert. Felix ist leider nicht so etwas Boses mit dem richtigen Namen. Das muss man auch sagen. Das solltest dann an der News-Anim nehmen. Zum Beispiel so Felix Gerbel von hinten nach vorne geschrieben. Da musst du aufpassen. Da schauen doch ein paar Leute immer zu aus der Branche. Dennery 700. Das ist jetzt eine ganz interessante Frage, die ich vorweg gestellt habe. Was kommt vorher? Dennery 700 oder KTM 97 Adventure? Das ist natürlich das Rennen der kommenden Saison. Welches der beiden Motorräder früher mag, was sie kosten werden, wie Leimann im Gelände fahren? Ja, schauen wir mal. Sie werden beide fürchtig teurer, als man jetzt vermutet, weil die MT-07 ein relativ günstiges Fahrzeug ist, die Duke 97 ein relativ günstiges Fahrzeug. Die beiden Reise-Enduros sind aber ein bisschen üppiger ausgestattet, die werden beide nicht günstig werden, leider, muss man so sagen. Was ist noch wichtig? Ja, die verwegene Frage, die Frage, ich weiß nicht, was vorher kommt, also ich glaube, dass die KTM vor der Yamaha kommt, ist mein Tipp, aber da würde ich jetzt meine Hodensäcke nicht drauf verwenden, bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher ist aber, dass Honda im mittleren Hubraumsegment eine neue CB bringt, auf Basis dieser Neo-Sports-Cafe-Linie, möglicherweise 500 oder 650er, möglicherweise nur 650er, das ist, die sich von Honda erwarten können. Vorher schon war gefragt, es wird kein V4- oder V5-Motor kommen, also es gibt kein Fireblade mit V5-Motor, das wird im besten Fall ein ganz kleines Update, was jetzt nicht so ganz arg dramatisch sein wird. Triumph, die 1200er, hat einer geschrieben. Triumph, die 1200er, bei uns war es auch leibend ist, die Einladung, die Triumph, haben wir eine Einladung, kriegt es an, Gott, bin gespannt, was du jetzt tippst, eine Einladung, nach der AICMA, eine Präsentation in Paris, ein sportliches Retromodell, mit dem niemand rechnen würde, wo auch niemand noch drüber gespielt hat. sie ist hellhörig, haben wir einen gerichtet, ein sportliches Retromodell. Na, was sein kann, sie haben ja die 900er, haben sie die Street Twin und die Street Scrambler vorgestellt, aber nicht die Street Cup. Aha. Die Street Cup, die hat mir eigentlich sehr getaugt, das Konzept, ich weiß nicht, ob sie das wahnsinnig verkauft haben. nicht zu Retro, hat er dann geschrieben, gell? Nicht zu Retro. man glaubst, dass die extra statisch präsentieren würden. Statisch? Oder was ist fort? Nur statisch. Nein, das glaube ich nicht. Ganz sicher nicht, das ist eine super Einwand. Das ist zu wenig. Vielleicht, ich habe mir überlegt, die Thruxton mit so einer echten Coffee Racer Verkleidung halt jetzt auch, dass hier vorne so eine schöne Verkleidung umhängt. Gut. Ja, bin schon gespannt. Sind wir gespannt? Das ist von Triumph, das Gämmel hat zufrieden. Und ist aber Retro, hast du gesagt. Ja, ja. Retro, aber nicht so Retro, aber sportlich. Das ist ganz gefühlt. 675. Oder vielleicht mit der Thruxton was Neues. Mit der Thruxton ein Verkleidete. Mit der Thruxton ein Verkleidete, oder halt wirklich einen anderen Motor. Das wäre schon interessant. Sportlich, nicht zu Retro. Triumph, Triumph, und 100 RS. Gut. Der Powerwolf hat das Beste schon versäumt. Du steigst erst jetzt ein. Hauptmann 24, 25. Gibt es von Husky irgendwelche Gerüchte über eine 801er kommt? 2020 frühestens. Genau. Die Fertigungsbrände bei KTM Husqvarna sind mächtig ausgelastet. Von Husqvarna kommt die glaube ich beste Maschine aus dieser Familie dieses SWAT Billen 701. Das wird grandios werden. Sitzposition SWAT Billen ist großartig, Witt Billen 701 ist großartig, das wird ein Mördergerät. Die steht auf der eigenen SWAT Billen 701 von Husqvarna und was natürlich alle schon sehnsüchtigst erwarten von KTM die 690 SMCR. Das ist ja arg, diese Supermoto von KTM. Wenn du die letzten gekauft hast, die hast du dann nachher teurer verkaufen können, als du es gekauft hast. Die sind irrsinnig begehrt, die kommen von KTM und dann habe ich auch noch Laserbriefe gekriegt von unserem Geheimagentenspion. Vielleicht kann die da Kuki kurz einspielen. Servus Nils. Interessant, das hat uns der Peter geschickt, der ist so ein Spionagefotograf, der tut über der KTM Teststrecke fotografieren. Er hat von der SuperDuke ein Update fotografiert und die SuperDuke GT hat auch schon in zwei Farben gesehen. Das haben wir dann auf der Messe schon gesehen. Passt. Und was auch lustig ist, auf der KTM Teststrecke war dann auch Ducati unterwegs, da hat er die V4-Banegale R und die SPK-Version gesehen auf der Teststrecke. Eben so gesichtet, Multistrada, V4 und Streetfighter. Wer hat das fotografiert? Ja, hab ich nicht die Fotos. Echt? Kann man nicht leisten, bis der Part. Multistrada V4, ob das kommt? Jetzt haben sie gerade einmal die 1260er Enduro gebracht. Was sagt sie Multistrada V4? Das ist ja komplett irre dann schon langsam, oder? Dann denkst du bist mit einer SuperDuke GT gut moderisiert Rauch B2 und Bess Multistrada V4 Typ vorbei. Ganz Leimann mit Top Gass und Mutti hinten draus. Kann mich nur wiederholen. Verrückte Welt. Und du wunderst dich wie die 220 PS Supersportler, wenn die Reisen du mit 200 PS auf. Das ist Leimann. Und dann habe ich noch einen Laserbrief gekriegt. Ambe noch ganz frisch ein Bild der komplett neu konstruierten KTM RC390. Haben wir das Bild? Haben Sie mich geschickt? Echt arg Leimann. Rahmen komplett neu. Sogar noch im Rohzustand unlackiert. Auch von Peter vielen Dank mein Spionage Satellit. Design angelehnte alte RC8R will natürlich ganz Leimann. Interessant ist auch die angelehnte Ausschnitt für die LED-Beleuchtung. der aktuelle Amte Wampus Bastel war aus der alten RC390. Also eine neue RC390 wird Leimann, weil ja auch Yamaha R3 scheiße wir haben wir müssen die Sabrina anrufen. Alter du musst ja umschreien dass ich was machen muss. Sind diese Wochen damit erst mal auf der Straße bla 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 sehr gut. Von der kommenden Superdruck her gibt es sechs Fahrzeuge für Testfahrten wohl bald wieder in Katalonien. Und jetzt bin ich daran erinnert worden wir haben jetzt gleich eine Live-Schaltung. Kuki du musst ja sagen dass ich schon wieder schwer überziehe Live-Schaltung zur Yamaha R3 2019 wir sind sie schon gefahren Alter was sind das da für Kabel wir haben sie wo reinstecken Sabrina Sabrina kennst du Sabrina natürlich wir könnten jeder das können wir jetzt so machen du nimmst das ich nehme das du nimmst das das kriegen wir alle in den Ohrenkrebs nachher wenn wir das alles so reinnehmen Kuki kannst du das anrufen ist schon da oder was jetzt höre ich mich jetzt höre ich mich das ist ja Wahnsinn wir starten jetzt wir starten jetzt eine Live-Schaltung zu Sabrina Sabel die ist für uns gefahren die ist schon da bis da Sabrina ist da du Sabrina entschuldigen dass ich die warten habe lassen das ist jetzt wirklich unangenehm wir reden der ganze Zeit drauf los und du wartest das schon von uns kein Problem das ist ehrlich Sabrina ist zu uns gefahren sie ist dort wir müssen da reinsprechen und wir hören sie da ob unsere kleinen Gehirne das schaffen ist echt schwierig und dort sind die Leute die minus sie lacht überlebt das mache ich die hat sich sicher auch hast du auch hast du auch Mut getränkt getrunken Sabrina oder bist du als einzige heute ich habe die jetzt ganz akustisch nicht verstanden akustisch das war ein übler Witz akustisch muss ich jetzt was sagen Sabrina Yamaha R3 2019 du bist eine 600er Pilotin wie war diese R3 2019 für dich genug Fahrspaß ja mir hat die so viel Spaß gemacht weil ich bin eine Fahrerin ich fahre halt sehr gerne rund ich fahre auch gerne im Regen und man muss halt richtig viel Schwung mit rein nehmen in die Kurve und muss halt wirklich jeden Zentimeter auskosten und das hat mir besonders sehr gut gefallen ja und wenn ich fragen darf du warst ja dort in einem Umfeld wo auch andere Motorräder am Start waren also so fette Brummer hast du da mithalten können oder haben die die immer die Linie zusammenkaut wie ist der der Gang mit der 300er gegen diese großen 200 PS Raketen ja blöd ist es halt wenn dich eine 1000 überholt und dann eben in der Kurve gerade im Weg steht das hatte ich leider öfters gehabt und aber sonst macht sie wirklich viel Spaß ich konnte den einen oder anderen dann außen oder innen überholen ich habe halt einfach versucht wirklich den Schwung mitzunehmen und bin auch ab und zu auch hinter dem Körper rausgekommen aber man kann wirklich der R3 voll vertrauen das funktioniert irgendwie und glaubst kannst du mit höheren Kurvengeschwindigkeiten fahren als mit der R6 also traust du dich dass ich da so richtig voll in diese Kurve reinfallen das ist ja Wahnsinn das ist ja so ein Fliegengewicht ja also das weiß ich nicht hundertprozentig aber es fühlt sich schneller an wie mit der R6 dadurch dass ich halt wirklich teilweise nur gerade in der in der letzten Linkskurve gerade in Aragorn habe ich einfach nur nach der langen Gerade einen Gang runter und habe einfach in die Kurve reinrollen lassen bravo Sabrina das ist natürlich echt bitter Burschen du sagst nicht der 300er der blonde Zopf weht hinten raus und bringt dich gar nicht die haben auch alle zum Fahren aufgehört du Sabrina und für das Vorderrad hast du genug Gefühl gehabt also die Gabel waren nicht schlecht ja genau das sagen ja viele dass man das nicht so einschätzen kann die R3 die Gabel wurde überarbeitet also ich habe wirklich ein super Gefühl für das Vorderrad gehabt ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Bedenken und ja also ich finde das ist ein super Einsteiger Motorrad gerade für die Rennstrecke herrlich Sabrina und eigentlich war es ja so die neue R3 Yamaha Leihwand aber ich glaube sie war ja nur so das Rahmenprogramm dort weil du bist auch dort gewesen um dieses Cup-Paket zu testen da gibt es so einen Mega-Deluxe-Cup für so Nachwuchs-Racer erzähl einmal was was darf man sich da erwarten wenn man diesen R3-Cup da inskribiert ja der R3-Cup findet im Rahmen der Schweizer Meisterschaften statt also auch wirklich schon ein international ausgeschriebener Cup wo schon Fahrer ab dem 14. Lebensjahr beziehungsweise Baujahr 2005 teilnehmen können und ihre Erfahrungen sammeln können wirklich Zweikämpfe am besten schon was ist heute haben wir kein Internet Sabrina bitte also mal einen kurzen Tonausfall jetzt sind wir gleich gekompensiert ja also wirklich tolle Windschatten Schlachten sind da wirklich Urleiwand wie du es sagen würdest ja und die Aktion ist natürlich ein bisschen eine heftige Geschichte wenn man jetzt das Freischild mal sieht 25.000 Franken kostet die Aktion aber es ist halt so richtiges Deluxe Paket du fährst Valencia Slowakia Ring wo fahren wir noch Sabrina zieht auf es sind ja wirklich mächtige Strecken oder genau wir fahren noch in Brünn in Dijon und ja Slowakia Ring die ganze Saison Sabrina das ist jetzt in Verhandlungen oder ja ich versuche es auf jeden Fall und suche nach den einen oder anderen Sponsor dass ich da auf jeden Fall mitfahren kann als mir hat der drei richtig angetan super zierliche Supersportler am Start stecken super gerne ciao ciao danke tschau tschau du hast du es jetzt eh eingeblendet guck ich weißt du es eh wahnsinnig wie das immer funktioniert mit dieser modernen Technik ja die Sabrina ist für uns da nach Barcelona geflogen und dann ist dort im Motorland Aragon diese neue A3 für uns gefahren und das taugt mir natürlich weil die kann halt echt die fahren halt so diese modernen die hängt sich in die Kurven eine wird deppert das ist ein Wahnsinn na die fahrt super fahrt wirklich super und ich meine mir taugt es auch dass mir diese kleinen Geräte super umgehen kann finde ich großartig ja das ist irrsinnig schwer oder da musst du da so ganz rund und weich und jeden Millimeter musst du ausnutzen und eins stimmt ganz sicher so diese mit einem geringen Gewicht das wird stimmen kannst höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren aber Reifen und Fahrwerk wird jetzt nicht das Nonplus Ultra sein naja in dem Cup-Paket schon also die Serienmaschine ist jetzt nicht dieser Edelressor aber das Cup-Paket hat ein ernstes Fahrwerkdrehen das ist ja so wie eine Superstock 300-Regel mal aufbauen also wenn du da in diesem Cup fährst mit gleichmotorisierten glaube ich ist das das leihwandste Rennfahren was es gibt Windschachten das muss uns besorgen uns drei der brennt uns ganz schön her der hat halt 20 Kilo weniger wie mir na wir drei fahren dieser Brenner darf nicht mitfahren die brennt uns her naja machen wir das eine 300-Duell das wäre ein Wahnsinn 300-Duell ist sicherlich Pauli mit drei verschiedenen ja naja wäre besser aber dann kann ich aufs Motorradl ausreden ja und dann gibt es noch jetzt Diskussion ob es eine neue Triumph der Donau gibt ich glaube nicht dass die für 2019 kommt da gibt es ganz ganz viele Hoffnungen aber ich weiß es nicht nächstes Jahr glaubst du? ich glaube es auch nicht dass sie jetzt dasteht aber nächstes Jahr kommt es sicher ja möglicherweise sicher weiß ich nicht aber schön mehr sind sagen Gott zunächst da ist gar nichts mehr sicher bei der Rennung weil da ist der Brexit dann möglicherweise heftig und ja der Brexit ist ein Wahnsinn das wird das ist wird schwierig aber ja sie haben sie machen diese Moto2 Marketing-Schiene wahrscheinlich nicht umsonst in irgendeinem sportliches Modell wird sie bekommen und was man halt was man halt bitte bedenken muss die Leute glauben halt immer dass wenn so eine richtig leibende 600er oder 713er kommt dass es irgendwie günstig ist das ist nicht das ist nicht wesentlich günstiger wie 1000er das ist die die grausame Wahrheit das einzige was ein bisschen ein anderer Schritt ist ist glaube ich die aktuelle Kawasaki die ZX6 die neue die wird nicht ganz so schlimm sein die ZX36 weil sie nicht diese reinrassige Racing-Maschine ist Yamaha A6 ist eine eine Basis für eine Rennmaschine wo haben sie da Kompromisse gemacht ich glaube dass insgesamt vom Gesamtlayout da und da ein paar Gramm einfach mehr drauf haben werden glaube ich ich kenne die genauen Spezifikationen nicht aber ich habe den Preis in Amerika gesehen also die ist zu günstig als dass du jetzt sagst das ist eine Supersport-WM-Basismaschine und die Amerikaner haben das auch so präsentiert mit Probefahrten auf Landstraße und so also ich glaube dass die Kawasaki ZX6 sehr weltklasse dimensioniert ist für die Landstraße und preislich einigermaßen interessant sein wird weiß ich nicht ist das anders oder was kann eh sein 130 PS geben es an Elektronik alles drinnen was du halt haben kannst echt das war ja schon bei der 636 war ja schon ABS und war ja schon die Traktionskontrolle und Fahrmodi in der 636 haben es eine Traktionskontrolle gehabt kostet ja nichts mehr und Quickshifter ist jetzt dabei rauf und runter ich glaube nicht dass das Christoph Horvath ist auch da Christoph Horvath schön dass dabei bist Christoph Horvath das nächste Mal sitzt du wieder da nein besser da ich will ja einmal Pause machen er ist sicher gerade jetzt aufgewacht vom Saufer genau der Sponsionkab darf er sich natürlich anstechen weil er vorgestern am Abend Sponsionkab bravo Christoph sehr brav ja so das sind jetzt so die Neuheiten die wir uns noch erwarten dürfen plus es gibt natürlich schon noch einige ungewisse Dinge die wir nicht wissen ja wie zum Beispiel ob die ZX6R einen Blipper hat ja keine Ahnung wie sie einen Blipper haben welche die ZX6R ja hat er einen Blipper ja wieso warst du das ich habe das Datenblatt geschaut weil ich für einen Katalog das alles ich muss einen rachen ich schlafe das geht nicht das geht nicht ich brauche einen Nikotinstoß ja aber du musst ja noch was sagen ja natürlich ich sage eh was ja was nehmen wir denn für wir haben da noch Videomaterial aus verschiedenen Dingen oder Bursche was habt ihr Lust was müssen wir bringen wir hätten noch anzubieten Heizdeckenverkaufsfahrt jetzt machen wir gerne Heizdeckenverkaufsfahrt in der Fall wenn der Zonko nicht da ist und zwar mir taugt es wenn wir Dinge da präsentieren können die richtig günstig sind aber sie haben natürlich ein bisschen einen Hintergedanken und wenn man das moralisch für sich verkraften kann mit diesen Hintergedanken leben kann haben wir jetzt zwei Produkttipps die wirklich leibernd sind und zwar hat XL Motor uns geschickt so ein Angebot für so Motorradabdeckhauben jetzt für die traurige Jahreszeit im Winter und das ist natürlich ein bisschen eine grauselige Geschichte wenn die eine richtig fette Werbung das hast du da jetzt hingewiesen hast das ist zählt ich meine das andere so eine richtig leibernde Werbung drauf und die Abdeckhaube kostet 9,90 Euro das ist natürlich leibernd du zahlst quasi nur deren Einkaufspreis die kauft wahrscheinlich 10.000 Dinge aus dem Osten und ist deswegen so billig weil halt die Werbung drauf ist und dann siehst du halt in den Straßen dann überall diese Abdeckhaube mit dem XL Motorweigendorf also wenn ihr das jetzt für euch moralisch verkraften könnt dass ihr Werbung macht für so einen großen Motorrad-Online-Shop gibt es halt Mörderschnäppchen das möchte ich nicht vorenthalten wollen und das gleiche das kennt ihr aber eh schon sicher die Typen unter euch die Tracktests fahren diese Werbungstens diese Aufstellzelte in den Fahrerlagern sind ja auch immer Wahnsinn die haben früher einen Vermögenkost und jetzt werden die halt rausgeschnalzen von den Online-Shops wie zum Beispiel für XL Motor um 119 oder 120 Euro mit Seitenteilen auch wieder quasi Selbstkostenpreis oder sogar subventioniert möglicherweise dass du eben im Fahrerlager für die Werbung machst ich weiß nicht ob ihr das jetzt für euch moralisch verkraften könnt aber da kann man halt echt zwei Schnäppchen abstauben wenn man dann halt du kannst es definitiv verkraften ich kann es verkraften weil es mir wurscht oder eine Abdeckplanung für 990 das ist sicher das ist urleihwand in der Garage steckst du nicht zu weil die Kinder machen mir irgendwelche Kratzer rein das brauche ich gar nicht einer hat gefragt CB650R Honda ob die schon angesprochen wurde ja ist ja da auf der Pariser Messe vorgestellt worden ja ein Concept-Bike Concept-Bike und dann auf der Basis kaufbare und dann fragt der Jakob Kinast 2019er Husky 701 oder SMC R690 dort wo dir die Farbe besser gefällt ja wahrscheinlich und da muss man schauen welche der beiden Maschinen die aktuellste Ausbaustufe vom Motor mit dem neuen Getriebe und dem neuen Blipper kriegt weiß ich ob beide Marken den kriegen oder KTM jetzt zuerst musst du nachher vergleichen Suzuki DRZ 400 2019 in your dreams Mr. Dux die wird es glaube ich nicht mehr so schnell geben ähm ja sagen wir das Staberl inhaliert ist die Frage der Stefan Laps ist doch auch irrsinnig Leute macht Honda die Hölle heiß dass die wunderschöne CB1300SB nach Europa kommt Nils was willst du eine Hölle heiß machen das zahlt sich nicht aus wahrscheinlich ja aber was müssen wir noch bringen Modelle überbringen wo ich mir auch gedacht habe cool haben doch Euro 4 geschafft SV1000 hat schon jemand auch vorher schon sehr viel vorher geschrieben was ist mit der Suzuki SV1000 ja hätt's auch gern wieder muss ich immer noch in den neuen dreams aber sie werden sie werden nicht kommen vielleicht hört uns oder schaut uns wer zu von Suzuki und denkt sich ja wer weiß nicht wer Sabrina Sabl ist Sabrina Sabl Sabrina Sabl ist eine junge ehrgeizige Rennfahrerin aus Deutschland die gerne mit R6 fährt und die uns wenn ich meine dann haben wir das letzte Mal was gemacht bei der Live Show einmal ist sie schon da gewesen die für uns quasi uns unterstützt bei sportlichen Motorrädern auf Landstraße und Rennstrecke einfach dass wir unterschiedliche Charaktere haben große kleine dicke dünne und da ist die Sabrina halt dünn weiblich jung und das Gegenteil ist ja kein Problem oder jetzt zumindest und das macht Sabrina Sabl für uns und was ich euch noch erzählen wollte ist meine Urlaubsreise da ist es Andreas Seipel die Firma Mesh bringt eine 650er und das wird es sein warum sie mit der Royal Enfield noch nichts sagen was der Preis ist die Mesh bringt eine 650er Andreas Seipel Weltklasse und Florian Hofer fragt ob von KTM noch was auf Basis des 390er Motors kommt ja eine RC93 haben wir ja vorher schon gesehen von den Spionagefotos ob die Supermotor 390 schon kommt weiß ich noch nicht Urlaubsreise wollte ich euch noch sagen vergangenes Wochenende Rijeka habe ich glaube ich jeden paar Aufnahmen da Neu Asphalt Burschen der Mesin das Paradies weiß ich noch nie noch nie in Rijeka hast du noch voll angehört wegen den Sturzräumen ja die Sturzräumen sind jetzt immer noch Arsch aber der Asphalt ist jetzt so leiband du fährst ganz leiband im Spital in Rijeka naja super schön naja naja es ist schon eine mächtige Strecke es ist dieser Asphalt hat ja den Grip das kannst du dir noch vorstellen du kannst frisst er richtig nicht nein überhaupt nicht das ist das komische dass du den Reifen nicht frisst weil kein Schlupf ist der Grip ist so gut und trotzdem nicht abrasiv es ist wirklich leiband ich bin dort gefahren 100 Runden mit einer Garnitur 100? 100 Runden mit einer Garnitur und ich habe es nur runtergegeben wenn ich mir gedacht habe jetzt bin ich schon 100 Runden jetzt gehören sie mal runter die Raffen echt? unvorstellbar du hast 100 Runden fahren? ich war ja 3 Tage dort 2 Rennen bin ich gefahren hast du was gerissen? oh ja das war die Hölle das habe ich dir so angesprochen aber du bist ja schnell das ist alles relativ zuankt das ist mit der Geschwindigkeit mit was warst du mit G.H.? ja nein es ist wirklich eine grausliche Geschichte gewesen für dieses Rennen meldst du dich an und das sind 80 Leute melden sich an 80? 80 und sie teilen das Feld genau in der Mitte dann gibt es das Profirennen und das Hobbyrennen jetzt darfst einmal raten welchen Blot ich gehabt habe 40 39 also der letzte der letzte in der Profigruppen ich wollte einfach nur gemütlich mitfahren weißt mir wäre alles recht gewesen in der Mitte da in der Mitte dort alles Leihwand aber der erste in der langsamen Gruppe wäre natürlich auch falsch gewesen weil du musst gewinnen mit den 80 einer hinten aber der letzte in der Profigruppen da war natürlich mörderisch ich weiß nicht ob ich da irgendwelche Aufnahmen habe vom Staat haben wir was vom Staat oder? ich habe Leihwand die Aufnahmen vom Staat ich habe beim Staat mit einer Angst im Sattel vor dieser Demütigung dass ich letzter wäre habe ich ganz normal 15 Leute am Staat überholt und bin 21. geworden wow was hat der Peter Litz gerissen mit der der Peter Litz ist 6. geworden 6. Peter Litz ist 6. geworden gewonnen hat glaube ich Italiener mit einem 1,29 in Rijeka strecken wir uns glaube ich ein 6er 20 1,29 was bist denn du da vorne? 1,36 wow ja aber wie gesagt ganz normal Startplatz 39 ist ja wurscht aber 1,36 ist doch eine echt würdige Zeit weil die Faktoren ist in welcher Runden seid fast in der Profi also wie gesagt ich habe in der Qualifikationsrunde bin ich von 1,37 ich meine ich bin 1,36 und mit 1,36 war ich quasi der Letzte mit 1,37 war ich der Letzte in der Profigruppen und 39 Leute am Start das sind die 39.000er das ist der steppert da ist Zugang Stimmt und da waren ein paar so Momente die ungut waren wo du dachtest oh jetzt könnte es krachen sicher wie die anderen im Kiesbett sich mächtig gesohlt haben da geht der Gasriff im Fall auch nicht zu und die anderen ziehen vorbei das ist ganz grauslich das darfst du nicht die anderen Leute haben keine Angst vor dem Stürzen die haben nachher einen Schwell gerissen weil der im Kiesbett die 30.000 Euro waren egal die 40.000 Euro fahren zusammen wuzzeln sie im Kiesbett und nachher im Fahrradlager haben sie einen Geheil und ich bin fertig gewesen nur vom Zuschauen und habe 5 Plätze verloren aber trotzdem Nils 1,36 das ist echt super ja aber wie gesagt diese Hobbyfahrer da ist das Niveau so hoch die haben irrsinnig leimende Motorrad alle immer leimende Raffen drauf gut trainiert und keine Angst vor dem Stürzen die Hobbyfahrer haben keine Angst vor dem Stürzen das ist für dich so wie wenn du sagst du siehst der frische Socken reißen dir neue Verkleidung auf das ist mir auch unerklärlich und da sind schon wieder 4 oder 5 gelegen und das packe ich gar nicht wenn du dann hörst die Sirene vor der Rettung und die rachen einfach weiter die Burschen das ist unglaublich also mit 36 bin ich nicht auf der letzten Rille gefahren also da hast du vollkommen recht auf der letzten Rille bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefahren und werde ich auch noch nicht fahren deswegen bin ich auch nicht im Kiesbett gelegen der Felix Gerbel 1,34 kann sein also es war wie gesagt also zwischen 1,30 und 1,36 waren ja einige Starter also die Hobbyfahrer rücken dort mächtig an wer hast denn getroffen den Felix müssen wir jetzt die Rundenzeiten Tabelle herholen wie gesagt da waren ja 200 verschiedene Fahrer dort das Rennen sind gefahren 80 ich muss gestehen ich weiß jetzt nicht alle aber mein Nasty Gixer hat ein Materialwert von 30 1000 circa war bestenfalls Mittelklasse dort da geht es um nichts nein die Hobbyfahrer sind ein Wahnsinn und wann kommt wieder was mit Klaus genau jetzt das wäre ein guter Auftritt auch von Klaus gewesen der Klaus wird nächstes Jahr glaube ich ein Juniorprojekt mit der BMW 1000 der R 2019 machen für uns da werden jetzt gerade die Verträge gemacht und dann werden wir da laufend was machen das wird sicher leibernd und ja aber das Hobbyracing war wirklich lässig und wirklich echt empfehlenswert du hast da jetzt im Oktober 25 Grad ein mörderisches Ringrestaurant Calamari Friti das du niederbrichst super Sommer Urlaubsfeeling und die Rennstelle ist relativ billig also sind die Startplätze auch billig also kann man wieder buchen aber es ist kein Geheimdip mehr ist für nächstes Jahr schon fast ausgebucht was mich noch interessiert dieser GH Moto der Frankie also immer bei den 1000 PS trackt das auch und da macht er mir so einen irrsinnig entspannten Eindruck schafft er das in dem Feldern dass das ein Lob ist weil da ist schon ein bisschen Ehrgeiz dahinter er ist entspannter jedenfalls wie ich über die Veranstaltungen ich glaube was halt ernst ist ist wenn es Verletzungen gibt dann merke ich dass er natürlich sich Sorgen um seine Schützlinge macht aber er ist ja routiniert er macht das ja seit Jahrzehnten vor der Motocross-Veranstaltung hat er gemacht aber jetzt müssen wir natürlich die aufmerksam machen Grüße aus der Schweiz bitte eine Zonko-Fost für 10 Franken mache ich es dir auch ist das so richtig Zonko-Solik-Fost für 10 Franken mache ich dir eine Doppel-Zonko danke für die Videos dieses Jahr 12 AGS und S1000R aufgrund eurer Videos gekauft was beide Motorraden Remo die S1000R und die 12 AGS danke Nils für die Top 5 Videos ich wünsche dir nur viel Spaß das ist natürlich ein würdig motorisierter Stall und mit der Kollege jetzt geschrieben hat auch bei BTR sind sie in der Supersport Profi also Supersport 600er Klasse 1,2 AGS gefahren das ist natürlich auch Wahnsinn da bist du auch ohnmächtig na Remo vielen Dank für deine Spende wissen wir sehr zu schätzen Remo und nächstes Jahr im Frühling im März bin ich wieder unten als du bist kannst mitkommen März bei Geheim Auto fahre ich wieder aber das mir jetzt ganz ehrlich ich bin echt gerne auf diese 1000 PS Track aber das ist mir wirklich zu schnell das ist ja Wahnsinn fährst das Rennen nicht mit fährst das Rennen nicht mit fährst das Rennen fahren ja und das mit dem Stürzen das ist ja meins sowieso nicht das Stürzen habe ich erledigt du brauchst ja nicht stürzen ja eh was haben wir noch 97er Duke haben wir da Video Material du schläfst scheiter drüben dann müssen wir jetzt Gas geben 97er Duke sag mal du bist gefahren die 97er Duke bei den Bergränen da redest du das was wir stürzen bravo aber Entschuldigung und du bist da das wilde Bergrennen gefahren mit der 97er Duke aber das war alles im Griff ja genau alles im Griff na das war wirklich super das hat mich echt beeindruckt weil da war der Chris Fillmore da der Ami der alles maniert dort drüben und diese 97er Duke die ist so dagestanden es war seine Rennmaschine seine persönliche Rennmaschine mit der er den Rekord am Bikes Peak gefahren ist von dem hat man mal ausgehen können dass das gut auf der Straße liegt gut bremst also wir haben da so ein spezielles weit WB-Fahrwerk drinnen gehabt weit Power WB-Fahrwerk drinnen gehabt das dann übrigens jetzt eh zu kaufen gibt ab früher kann man das kaufen für den normalen 97er Duke er hat die Bremsen ein bisschen verbessert gehabt und wir haben oben gehabt diese Evo Anlage die Komplettanlage das hat dann Sound gehabt das war natürlich göttlich und mit der Maschine dann dort diese Bergstraßen auf die Herzen da habe ich mich relativ leicht getan weil die ja die Leistung nicht erschlägt weil du volles Vertrauen in dieses Fahrwerk haben kannst auch in die Bremsen haben kannst und sie haben ja den Berg abgesperrt gehabt für uns das war das Drahtberg Race und insofern haben wir dort jetzt halt eigentlich ich bin ja jetzt bin ich auch nicht auf der letzten Rille gefahren ich habe es halt auch gekrochen lassen und habe mich halt irrsinnig gefreut so eine tolle Maschine zu fahren und wenn ich selber ein 97er hätte die mir ganz sicher dieses WB-Fahrwerk kaufen das zahlt sich echt aus das ist ein Traumfesen und jetzt müssen wir mal jemanden begrüßen das Eisenbäderle bin zum ersten Mal dabei extra Konto angelegt Grüße alle aber ohne Spende kein Problem Eisenbäderle ist eine große Freude das hören wir immer wieder von unseren YouTube Berater es gibt ganz viele Leute die wegen uns ein YouTube Konto anlegen das sie uns schreiben können es ist uns eine ganz große Ehre Eisenbäderle viel Freude mit unserer Visio Eisenbäderle mit unseren Videos es freut uns sehr dass wir da eure Menschen unseren Fenster und euch eine Freude machen können und die Track-Determine 2019 sind ab 1. Dezember auf www.1000bs.com da glaube ich muss auch schnell sein ja aber nur teilweise wenn es der Felix Gerbl ist in der schnellen Gruppe ist es nicht so hakelig es ist ja eigentlich muss man schon schnell sein aber ja das ist halt so wir sind im jeden Fall ausgebucht und der halt unbedingt bei uns fahren muss halt früh buchen und dem das jetzt nicht so wichtig ist bei uns zu fahren da kann er ja hast du halt auch Pech gehabt aber es ist schwer vorhersehbar es ist teilweise ein Wahnsinn teilweise waren es innerhalb von 3 Stunden ausbucht und teilweise waren wir am Schluss noch was frei also ich werde es halt unbedingt machen weil der muss halt schon im Dezember buchen das ist auch günstiger oder? das auch wir erhöhen ja die Preise wie die Airlines da sind wir ein bisschen geldgierig und dann Zongo wie denkst du das mit der 97er Duke dass da so 2020 oder 2019 eine R kommt das ist ja gar nicht fix das kommt nicht das kommt nicht mir haben es das erklärt dass das nicht kommt weil genauso wie es von der Super Duke ja nur eine R gibt da gibt es ja keine normale Version sondern da gibt es die Super Duke 1290 R gibt es von dieser 97er halt nur die Duke und dass da jetzt extra noch eine R auflegen das dürfte irgendwie nicht wirtschaftlich sein sondern sie werden es eher so machen glaube ich dass halt dass du dann quasi jetzt dieses wenn du das Vorwerk kaufst und dann vielleicht noch diese Bremse aufrüst das hast du eher R-Version aber sie haben auch irgendwie gesagt das wäre dann auch preislich wahrscheinlich in einer komischen Liga schon angesiedelt da hätten sie also das glauben sie nicht dass das gut genug verkaufen würden so hat man dir das erklärt also mittelfristig kommt sicher keine KTM 97 R ja ok hat mich aber jetzt nicht so schockiert weil ich mir gedacht habe ich wurscht ich kaufe mir das zu einem relativ günstigen Preis und kaufe mir dann um 1500 oder um 1600 dieses WP-Vorwerk und dann bin ich aber wirklich top bestückt aber wir haben ja auch schon ein gescheites Fahrwerk jetzt bei Umbringern ja eh ich habe das eh gesehen das ist eigentlich eine ganz mächtige Maschine ganz mächtige Maschine und wieder runter ich bin ja runtergefahren andere Markierung roter, orangeer Rahmen das wäre schon super und da sind auch irrsinnig viele Leute stehen bleiben weil ich habe natürlich hin und wieder einen Kaffee saufen lassen beim Oberfahren und da sind immer hat sich gleich auch Trauben gebildet um diese Danlob KTM 97 das schaut echt gut aus das muss ich sagen Gurschen was machen wir noch? ja sind wir gleich beim Thema 1000 PS Danlob KTM aber auf der Rennstrecken auf der echten im Pannonia Ring war es nie das mache ich jetzt mit dem Leinwandem Fahrwerk also wir haben ja unsere 1000 PS Danlob KTM hat diesen Danlob Sportsman TT Reifen drauf 50 PS Rennstrecke 50 PS Landstraße und da haben wir uns das Motorrad aufgebaut das sich manche mit dieser 97 Duke wahrscheinlich erwarten würden und jetzt ähnlich von Bauermartin auch ein Leinwandes Fahrwerk drin wir haben ein Wilbers Fahrwerk drin ich glaube Wilbers macht Alpha Technik in Deutschland und in Österreich eben der Bauermartin und er war mit dem Setup noch nicht zufrieden jetzt hat er sich nochmal zurückgeholt also nachdem er es verständlich gehabt hat wollte ich eigentlich schon einen Test machen aber Bauermartin ist ja so das muss ja 100% passen der hat sich den jetzt nochmal zurückgeholt macht das Feintuning und ich werde damit im Oktober hoffentlich nochmal auf die Rennstrecken ausrücken können ich meine der Schneck RR Road Report ist einfach ein Wahnsinn ich schaffe keinen Film ohne Pause aber bei euch gehe ich nicht mal aufs Schösshaus ich meine das ist natürlich ein Bild derb formuliert aber ein unglaubliches Kompliment er hat sich das super bei uns eingeblendet bravo Schneck und der Oachkanzlschwarf geht kein Problem wir sind ja auch gleich fertig du aber das möchte ich noch der Peter Richtinger track der Kühlschrankklasse gibt es da was Neues dann machen wir das also ich glaube mittlerweile wir kriegen es aus einer 30er Gruppe kriegen wir zusammen wirklich? ja man muss halt das Reglement ein bisschen das muss man sich erst ausdüfteln weil wenn du da eine Brust also irgendeine Roller Roller sind ja fast alle Brustschwach auch wenn die auch mitfahren dürfen kriegst du sicher 30 zusammen also ein paar Harleys ein paar Indien dann der Peter Richtinger mit der Ural ich bin sicher die Mann ja machen wir was oder? ich glaube schon dass das ein Hitz wäre ok ein Panone Ring oder Brünn? ja Panone Ring glaube ich so gescheit der Brünn ist ja ein Wahnsinn ja aber du hast so viele schöne Linien in Brünn im Brünn wäre es irre voll im Omega im Strecken unfassbare Wutzlerei aber da mag ich nie dann nehme ich mir von Wunderlich die Bagger da die K1600 und der Streetfighter Neptun sagt Hallo 1000 PS Team geht doch mal mehr auf die Fragen hier im Live Forum ein machen wir eine Frage welche Frage nehmen wir? Hallo Hallo saufen Kaffee saufen das taugt mir voll ok ist keine Frage Kühlschranklasse haben wir gerade gemacht die Kühlschranklasse haben wir gerade gemacht Streetfighter Neptun ist deine Chance deine nächste Frage beantworte ich sogar wenn es extrem intim ist wir haben was haben wir noch gemacht die Afrika Twin Afrika die mit Ölinsfarbe haben wir das schon durchbrochen da haben wir da haben wir was aufgebaut wieder mal na nicht wir sondern der Struzzi das ist ja der Peter Richtinger Alter mit der Ural da ist ein Stoppel drauf aber mit der 1190er KTM kannst du nicht kommen Peter wenn dann wollen wir die haben dort mit der Ural damit ich die dann mit dem Fettboi herbrennen kann Goldwing 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 kann auch kommen Goldwing kann auch kommen das ist leidend Peter Goldwing das ist natürlich ideal das stimmt Meisinger fragt ob der Conte-Deck SME wo passt den haben wir auf der 300er zwei Tag passt super und wie lange machen wir noch den Live-Tag ich schätze 10 Minuten fünf und ob es eine größere Niken geben wird glaube ich nicht blöd wäre es nicht aber warum jetzt schaut man mal ob die sich verkaufen lässt und ja wir wollten ich wollte noch was sagen das ist eine Afrika die mit dem Öl ins Vorwerk das ist überraschend gewesen wir haben das Video online gestellt und dann sind gleich wieder einige ins Geschäft gegangen haben es gekauft und dann höre ich oft das bringt ja für normale Verbraucher nichts für normale Leute bringt es nichts dass man da jetzt so ein leihwandes 3000 Euro Fahrwerk drin hat nur ich muss sagen ein gutes Fahrwerk bringt jedem was immer egal wie schlecht oder wie Anfänger oder egal wie du fährst ein gutes Fahrwerk bringt mehr Sicherheit wenn das wichtig ist oder mehr Speed wenn das wichtig ist aber jeder kann davon profitieren die Einsteiger profitieren halt oft von diesem besseren Gefühl von dem Vertrauen von dieser Transparenz und die schnellen halt von diesen Reserven dass du halt mehr Druck beaufschlagen kannst und was ja auch noch oft ist bei einem richtig guten Fahrwerk hast du ja ein sensibleres Ansprechverhalten es bringt in Wirklichkeit ja auch mehr Komfort wenn du es nicht zu straf einstellst super also auch mehr Komfort stimmt auch es kommt drauf an wie du es einstellst aber es ist natürlich und selbst wenn du es jetzt nicht in der Lage bist es zu spüren bist du besser unterwegs 100% genau so sehen wir das auch und in den Videos schaut das jetzt ein bisschen heftig aus wenn die halt so flott fahren bei uns nur was zu enttäuschen ist man kann flotter fahren und man kann auch mehr Komfort genießen oder mehr Sicherheit genießen deswegen es kostet Geld diese Leihwaffen Fahrwerke nur das sind ja Materialkosten also ich weiß ja diese Großserienfahrwerke die kosten ja nur ein paar Euro also mir hat einmal jemand gesagt der für einen großen Hersteller das Fahrwerk macht so ein Federbein was in einem Premiummotor drin ist kostet 15 Dollar also das das Leihwaffen aus Thailand gefert in die Fabrik kostet 15 Dollar und wenn du bei Ölings das Zeitkaufst selbst die Produktionskosten von denen sind naja um Faktor naja mehrere hundert teurer also das ist halt ja darf ich den ganz schnell beantworten den GeForce Racing Aprilia Dono Factory 17 oder 18er Modell da hat sich nichts geändert naja ein bisschen was aber nein da hat sich wirklich nichts geändert außer die Lackierung 17 auf 18 also das ist ganz egal da hat sich einfach nichts dann ein bisschen die Lackierung geändert gut ja und dann kann man jetzt fragen zu Dingen die wir aber schon besprochen haben Quadaflat es tut mir leid S1000R haben wir schon besprochen und ja ich glaube jetzt sind wir aber schön durch wir haben alle Themen gucke oder wir haben nichts vergessen ja die Zuschauerzahlen gehen zurück einige sind schon gegangen aber wirklich naja ein bisschen also das ist aber okay wir haben wirklich eine schöne Kurve gehabt oder zum Schluss haben wir die Williwelle die Williwelle ja achso die haben wir auch noch ja wieso haben wir die nicht Williwelle Williwelle die Szenen von unserem 1000 Bestand auf der Intermatt danke an alle die auf der Intermatt waren wir sehen uns das nächste Mal live von der Eikmar und jetzt noch zum Abschluss die Williwelle von unserem Messestand auf der Intermatt Servus, pfitt gut und auf Wiedersehen Tschüss und Baba nehmt euch tschau Viliwelle drift, drift, drift und zurück Viliwelle jawoll ja geil soll ich mal umdrehen ich habe das schnell probiert clever dann geht ihr zur Patten lassen wir mal gehen yes yes Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020